ja guten morgen liebe kolleginnen und kollegen herzlich willkommen zur grinding her preview 2022 and the very warm welcome to our international guests wir freuen uns sehr über die große resonanz zu unserer veranstaltung seitens der medien insgesamt haben sich über 60 journalistinnen und journalisten aus 20 ländern zu unserer veranstaltung angesagt und natürlich freuen wir uns auch über die aussteller die heute mit dabei sind ist die preview doch der startschuss für die heiße phase vor der grinding hub die am 17 mai ihre tore öffnet und natürlich freuen wir uns sehr dass im monat mai endlich wieder präsenzmessen in deutschland stattfinden können ein hoffentlich rauschendes comeback für den messestandort deutschland mein name ist silke becker ich bin pressesprecherin beim vdw und habe das vergnügen sie durch die heutige veranstaltung begleiten zu können der vdw ist gemeinsam mit kooperationspartnern zu denen sie später noch etwas hören werden veranstalter der grinding hub unsere heutige veranstaltung beginnt mit einer pressekonferenz zum aktuellen stand der messe vorbereitungen danach können sie ihre fragen stellen entweder mündlich nach handzeichen oder schriftlich über den chat an den grinding hub host dazu werde ich später noch mal erklärt etwas genauer erklären nach dem messekonzept gehen wir über zu den technischen trends in der schleiftechnik nach einer zweiten fragerunde schließlich folgen die elevator pitches unserer aussteller die ihnen ihre highlights für die messe vorstellen werden die gesamte veranstaltung findet in deutsch und in englisch statt sie können in der navigation am unteren bildschirmrand die sprache auswählen sie sind während der präsentation stumm geschaltet und werden von unserer technik in wort und bild online geschaltet wenn sie etwas sagen wollen nun aber zum ersten programmpunkt ich darf ihnen ihre gesprächspartner vorstellen begrüßen sie mit mir dr wilfried schäfer den geschäftsführer des vdw mein kollegen martin göbel leiter der messeabteilung im vdw und gunnar may direktor messen und events bei unserem kooperationspartner der messe stuttgart ich übergebe gerne das wort an herrn dr schäfer guten morgen meine damen und herren auch von meiner seite herzlich willkommen zur preview der grinding habt im mai diesen jahres mein name ist süffried schäfer und ich bin geschäftsführer des vereins deutscher werkzeugmaschinenfabriken als verband sind wir auch messeveranstalter mit der meter in düsseldorf und der emu nannover die meisten werden das kennen wir sind ideeller träger der messen hier stuttgart am b und molding expo und auch ganz wichtig wir unterstützen unsere firmen bei wichtigen auslands messen in den verschiedenen kontinenten asien europa und die amerikas mit diesen erfahrungen fühlen wir uns gut aufgestellt für dieses neue messeprojekt grinding hub mit dem titel brings solutions to the surface denn darum geht es letzten endes lösungen zu zeigen die den kunden unseren fachbesuchern eine perspektive geben für ihre investitionen mit diesem neuen messeprojekt starten wir hier in stuttgart und haben das ziel das neue drehkreuz die internationale plattform für die schleiftechnik zu werden vielleicht noch ein kleiner rückblick wie alles begonnen hat corona hat das messegeschäft sicherlich durcheinander gewirbelt in dem kontext gab es eben auch verschiebungen und anfang 20 21 sind verschiedene firmen auf uns zugekommen mit dem dringenden wunsch mit dem appell eine neue plattform für die schleiftechnik zu gestalten im dialog mit den firmen haben wir diese fragestellung vertieft und uns dann entschieden diesem wunsch nachzukommen mit der grinding habe einen neuen namen gefunden wie schon gesagt mit dem anspruch das neue drehkreuz zu werden haben nach einem standort gesucht und diesen dann auch hier nach einigen überlegungen und auch recherchen mit stuttgart gefunden verschiedene gründe sprechen dafür letzten endes die ideale verkehrstechnische lage die große kompetenz im bereich von investitionsgüter messen aber letzten endes auch und das macht eben diese krone situation aus überhaupt die möglichkeit einen zeit slot zu finden um in diesem jahr mit all den verschiebungen der messen hier am standort den start mit der grinding hub zu initiieren als weiteren wichtigen partner konnten wir unseren schwesterverband swissmen aus der schweiz gewinnen dieses projekt mit zu gestalten und mit zu unterstützen swissmen ein wichtiger partner auch im bereich schleiftechnik eine große community der aussteller kommt aus der schweiz swissmen auch als branchenverband und auch im messegeschäft international aufgestellt damit viele erfahrungen die der verband mit einbringen kann ich freue mich auch dass jetzt seit anfang des jahres die schleiftagung als partner mit an bord ist damit können wir noch eine intensivere vernetzung in der schleiftechnik gestalten und insbesondere auch den blick industrie und wissenschaft zusammenführen daher freut es mich auch dass heute herr doktor sebastian bart als unser gastredner die keynote zum thema klimaschutz und nachhaltigkeit als innovationstreiber für die schleiftechnik vortragen wird und damit ihnen und uns aktuelle einblicke in die trends der branche gibt damit fühlen wir uns mit diesem team gut aufgestellt die messe zu gestalten von der branche für die branche auf der zeitachse können sie noch einmal nachvollziehen wie die meilensteine der gestaltung dieser neuen messe waren vor gut einem jahr sind wir mit der veröffentlichung im märz rausgegangen haben das neue projekt bekannt gegeben die registrierung läuft seit april diesen letzten jahres mit einem registrierungsschluss im september 2021 und wir sind froh dass wir eine so gute resonanz erfahren durften die gleich mein kollege herr göbel ihnen auch darstellen wird nun sind wir schon in die kommunikation stark eingetreten mit internationalen pressekonferenzen und heute dem startschuss auch der preview mit unseren eingebundenen ausstellern die ihnen dann gleich auch die neuigkeiten präsentieren werden die sie dann auf der messe im mai hier in stuttgart erwarten dürfen die wirtschaftlichen rahmenbedingungen für die messe waren bis vor kurzem so gut wie lange nicht mehr jetzt stehen wir durch den krieg in der ukraine jedoch natürlich in einem ganz anderen kontext mit deutlich gesteigerten risiken das betrifft nicht in erster linie den export nach russland der ist mit knapp zwei prozent im export anteil nicht von großer relevanz es sind eher die unsicherheiten die sich hieraus auch weiter für die lieferkette ergeben und letzten endes auch die anstiege in den preisen für energie und rohstoffe wie sich das auswirken wird ist natürlich wir werden das selbst verfolgt haben in den medien sehr ungewiss wir hoffen dass es bald hierzu eine friedliche lösung gibt 2021 verzeichnete die internationale werkzeug maschinen industrie nach dem pandemie bedingten einbruch ein wachstum von 18 prozent das entspricht nach unseren schätzungen einer gesamtwelt produktion von 69 milliarden euro schleiftechnik gehört zu den top fertigungsverfahren innerhalb der wertschöpfungskette der werkzeugmaschinenindustrie sie kommt mit der endbearbeitung zum einsatz und muss hohe anforderungen an die oberflächengüten und die genauigkeiten erfüllen international ist die eine kleine aber feine branche mit einem anteil von 7,4 prozent an der weltweiten werkzeugmaschinen produktion auch sie sehen sie ja in der kette produktion kubische elemente rotationssymmetrische elemente mit drehtechnik und dann letzten endes die schleiftechnik 2020 wurde weltweit schleiftechnologie im wert von 4,3 millionen euro produziert deutschland steht hinter china und vor japan auf platz zwei der größten anbieter mit einem anteil von rund einem fünftel die größten absatzmärkte weltweit sind china die usa und deutschland mit anteilen von 33 15 und 9 prozent deutschland hat im vergangenen jahr schleiftechnik im wert von 805 millionen euro produziert nach vorläufigen schätzungen und berechtungen entspricht das einem rückgang von fünf prozent gegenüber 2020 über vier fünftel der produktion gingen in den export der einen rückgang von acht prozent verzeichnet hat einige wichtige märkte sind noch nicht wieder im wachstum begriffen sie sehen hier allen voran der größte markt china aber auch märkte wie in europa frankreich oder auch die schweiz gut performt haben neben usa unseren zweitwichtigsten markt der sich auf niveau gehalten hat mehr oder weniger italien mit sonder abschreibungsmodellen oder auch österreich mit ähnlichen abschreibungsmodellen die deutschen einfuhren von werkzeugmaschinen inklusive teile und zubehör haben 20 21 um 11 prozent zugelegt für die schleiftechnik notierte import 13 prozent höher als im vorjahr sie sehen also auch hier die investitionen haben angezogen und liegt bei 245 millionen euro wichtigste lieferanten waren die schweiz tschechien und china wir sind überzeugt dass die kreining hub nach dem starken einbruch durch die pandemie 2020 schwung in das geschäft bringt und letzten endes den austausch im messewesen in dieser branche wieder verstärkt und damit kunden und anbieter zusammen führt um neue lösungen zu gestalten vielen dank für ihre aufmerksamkeit und ich übergebe an meinen kollegen herrn gröbel ja meine sehr verehrten damen und herren auch von meiner seite einen wunderschönen guten morgen mein name ist martin gröbel und ich bin leiter messen im vdw ich möchte ihn gerne im folgenden das konzept der kreining hub vorstellen und was es so besonders macht zunächst jedoch will ich noch einmal unseren anspruch untermauern die kreining hub zum neuen drehkreuz der schleiftechnik zu machen stuttgart soll zum internationalen drehkreuz des angebotes und der nachfrage dieser prosperierenden branche werden dazu gehört es lösungen entlang der gesamten wertschöpfungskette zu zeigen das heißt aus den bereichen technologien und prozesse maschinenkonzepte automatisierung und digitalisierung sowie qualitätsmanagement und der angrenzenden peripherie damit wollen wir den tatsächlichen bedarf und die aktuellen interesse der kunden adressieren den slogan bring solution to the surface nehmen wir hier wörtlich in zwei sonderausstellungsbereichen dem grinding park solution der industrie und dem grinding park solution der wissenschaft präsentieren die aussteller ihre neuesten produkte und projekte damit schaffen wir den spagat zwischen wissenschaft und forschung und tragen zu einer noch engeren verzahnung bei selbstverständlich gehört zu einem schlagkräftigen und konkurrenzfähigen messekonzept auch eine starke kommunikation deshalb sind wir bereits im vorfeld der kreining hub mit einem ausgeprägten medienarbeit durch die international erfahrenen teams der messe stuttgart und des vdw gestartet sie zeichnet sich einerseits durch die regelmäßige veröffentlichung von pressemitteilungen exklusiven fachbeiträgen aktuellen konjunkturberichten aus mit denen wir spannende einblicke in die schleiftechnik geben regelmäßig kommen darüber hinaus sowie aussteller und experten zu wort andererseits ermöglicht ermöglichen wir hier in der preview aber auch schon im rahmen unserer auslandspressekonferenzen im februar internationalen fachmedien die neue fachmesse ihre veranstalter die kooperationspartner und die aussteller besser kennen zu lernen um nicht nur die medien und ausstellern uns zu binden und auf den neuesten stand zu halten veröffentlichen wir seit november jeden monat ein newsletter der sich vor allem an die besucher und besucherinnen richten richtet hier informieren wir regelmäßig in insgesamt acht ausgaben unserer zielgruppen und halten sie up to date zum inhalt zählen vor allem informationen über die branchen technik trends und die messe wie bereits besprochen wollen wir ein messe konzept der zukunft bieten darum setzen wir bei den neuen fachmessen verstärkt auf die kommunikation über social media kanäle wie facebook twitter linkedin youtube und die industrie arena unser ziel ist es damit vor allem reichweite und sichtbarkeit für die green hat zu schaffen aber auch eine plattform zur vernetzung und zum austausch zu bieten gerne wollen wir auf diese weise auch mit unseren ausstellern in den dialog gehen deshalb bieten wir ihnen unter anderem im rahmen eines umfangreichen social media pokets das ständig ausgebaut wird hilfestellungen für eine erfolgreiche online kommunikation rund um den kinder sei es mit scherpix bannern oder textbaustein und vom 17 bis zum 20 mai gibt es eine live berichterstattung von der messe mit aktuellen eindrücken interessanten interviews und spannenden stories die grinding hub gewinnt besonders auch durch ein ausgeprägtes begleitprogramm mit hoher kundennutzung an attraktivität hierzu gehören die bereits gewähnten gemeinschaftsstande bei den park solution der der wissenschaft mit ihren neuartig angewandten produktionslösungen sowie innovationen aus der wissenschaft unterstützt wie das ganze seitens der forschung vor allem durch die mitglieder der wissenschaftlichen gesellschaft für produktionstechnik der wgp wie bereits eingangs erwähnt kooperieren wir seit anfang des jahres auch mit der schleiftagung dem werkzeugmaschinenlabor der rwth aachen da im januar leider noch kein treffen vor ort im fellbach bei stuttgart möglich war wird es das wiedersehen der schleiftahnung community im rahmen der grinding hub im mai nachgeholt viele unserer aussteller sind bereits in der branche etablierte größen doch wir möchten auch klein und jungen unternehmen eine plattform bieten hierfür schaffen wir mit der startup area die notwendige voraussetzung der gemeinschaftsstand bietet eine erstklassige betreuung zu einem angemessenen preis und netz so auch innovative firmen mit geringem budget ein darüber hinaus legen wir einen fokus auf die digitalisierung in der produktion aktuelle entwicklungen trends werden hier zu sehen sein mit an bord ist auch die bewährte live demonstration zur weltweiten datenkonnektivität hier bezogen natürlich auf die schleiftechnik die bereits auf der emu hannover 2019 und auf der emu und mailan 2021 sehr anschaulich funktioniert hat sie läuft unter der marke umati der gemeinsamen initiative von vdw und vdma diverse foren und fachseminare runden das breite angebot ab in unseren augen und das hat uns spätestens jetzt die pandemie gezeigt führt kein weg an digitalen angeboten vorbei wir planen die grinding hub proaktiv mit hybriden konzepten das bedeutet konkret im vorfeld der messe werden wir mit web session an den start gehen dieses format wurde bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt ab dem 9 20 märz also direkt nach der preview hier können aussteller in 20 minütigen vorträgen das interesse ihrer kunden wecken und einen vorgeschmack geben auf das was sie sechs wochen später live und vor ort in stuttgart zu erleben gibt dies soll zum einen kontakte binden und leads generieren zum anderen soll aber mehr sichtbarkeit geschaffen werden und die reichweite international vergrößert werden auch während der messe laufzeit bieten wir unseren ausstellern eine bühne das digitale forum ermöglicht professionelle aufnahmen von 20 minütigen präsentationen voll live vor ort die gestreamt werden es handelt sich um ein moderiertes veranstaltungsformat ein weiteres angebot wird das erstmalig testen ist eine video produktion für aussteller bei einer filmlänge von 60 bis 90 sekunden und einer professionellen aufbereitung ist die individuelle umsetzung für einen standrundgang produktvorstellungen oder auch ausstellerstatements möglich und dank der virtuellen erweiterung des aussteller profils haben zudem eine digitalen firmen profile für jeden aussteller auf der grinding hub homepage im angebot unternehmensinformationen kontaktdaten fotos videos film news und vieles mehr können hier veröffentlicht werden das rundet das gesamtbild eines jeden aussteller ab forciert die direkte kontaktaufnahme durch kunden im vorfeld und aber auch danach die messe präsenz und die zugehörigen angeboten werden so noch breiter kommuniziert und versprechen einen höheren nutzen wir alle wir sind davon überzeugt dass die grinding hub zum neuen drehkreuz der schleiftechnik wird ab mai ist stuttgart alle zwei jahre the place to be für die branche dort und nur dort werden zukünftig innovation und aktuelle lösungen präsentiert die gründe hierfür liegen für uns auf der hand die messe ist klar fokussiert und international ausgerichtet dank einer fachlich starken positionierung schaffen wir ein attraktives angebot das veranstalter und kooperationspartner bestmöglich organisiert umgesetzt haben dazu trägt auch unser modernes hybrides messekonzent bei und das auch in den ungeraden jahren die messe selbst nicht stattfindet wie der grinding hub präsent sein meine damen und herren wir hoffen natürlich zu allererst mit unseren inhaltlichen argumenten zu überzeugen nichtsdestotrotz können sich aber auch unsere zahlen im stand von 25 märz 2022 mehr als sehen lassen insgesamt haben 362 ausstellern aus 23 ländern für die grinding hub angemeldet sie decken 38 branchen sektoren rund um die schleiftechnik ab und belegen mit 17.643 quadratmeter netto ausstellungsflächen die hallen 7 9 und 10 zu den top fünf sektoren zählen rund und umschleif maschinen schleif polier und hohen mittel werkzeug schleif maschinen für schneid und zersparen werkzeuge entsorgung und aufbereitung von spielschmisch loffen sowie flach schleif maschinen 205 aussteller kommen aus deutschland gefolgt von der schweiz mit 56 firmen und italien mit 37 herstellern auch aus österreich frankreich japan und den usa sind aussteller angemeldet dies zeigt wie umfangreich und vielfältig die grinding hub aufgestellt ist wir denken das gesamte spektrum der schleiftechnik ab und konnten viele aussteller für unser konzept überzeugen an der premiere der neuen fachmesse teilzunehmen von diesem hintergrund sind wir sicher dass auch für die besucherinnen und besucher die grinding hub ein echter gewinn sein wird herzlichen dank für ihre aufmerksamkeit und ich übergebe an herrn mai ja vielen dank an die vorredner für die einblicke in die branche die infos zur entstehung der neuen fachmesse und die vorstellung des messekonzepts ich ergänze nun sehr gerne ein paar location und standort details also um stuttgart als messeplatz einerseits sowie als attraktive genießer und technikmetropole im süden deutschlands andererseits als allererstes möchte ich ihnen aber sagen wie sehr ich mich freue dass ich sie heute im rahmen dieser digitalen konferenz wieder sehen kann noch mehr freue ich mich darauf sie im mai dann persönlich hier in stuttgart begrüßen zu können schließlich sind wir stuttgarter gastgeber aus leidenschaft und zwar ganz egal ob es bei unseren eigenveranstaltungen bei gastmessen oder in dieser neuen konstellation zur grinding hub als kooperationspartner des vdw ist wir freuen uns dabei immer wieder aufs neue zum erfolg unserer kundinnen kunden und partner beitragen zu dürfen martin göbel hat gerade schon vorgestellt die grinding hub premiere findet in den hallen 7 9 und der paul hornhalle der halle 10 im westteil des stuttgarter messegeländes statt wir nutzen den eingang west als hauptzugang zur veranstaltung und haben somit ideale voraussetzungen für alle möglichen eventuellen hygiene anforderungen und akkreditierungsanforderungen die dann im mai gelten mögen dank des neuen stadtbahnanschlusses an die u6 am eingang west ist der eingang west seit anfang diesen jahres noch besser aus stuttgart heraus sowie vom flughafen her erreichbar im zehn minuten takt pendelt die u6 zwischen dem flughafen terminal 1 und dem eingang ost hin und her und das ganze in einer fahrzeit unter einer minute ein zusätzlicher benefit im westen ist der eigene kongress bereich im obergeschoss des eingangs west bietet der kongress west in flexibel gestaltbaren tagungsräumen platz für bis zu 700 personen aus allen räumen haben die gäste zugang zur dachterrasse und von dort kann man dann den blick über den rothauspark und das treiben zwischen den grinding hub messehallen schweifen lassen parallel zur grinding hub finden übrigens noch weitere fachmessen statt es sind themen wie tankstelle und car wash die invest und pflege plus diese veranstaltungen finden eigenständig statt und bringen thematisch keine synergien mit der grinding hub zwischen besuchern oder ausstellern wie viele von ihnen bereits wissen befindet sich das gelände der messe stuttgart in unmittelbarer nähe zum flughafen stuttgart zur neuen stadtbahn haltestelle von wo die messeteilnehmenden dann entspannt mit ihrem messeticket per bahn in den westteil kommen sind es gerade mal 150 schritte der fußweg vom flughafen zum eingang west beträgt ungefähr 15 minuten ja und dank des business takts des stuttgarter flugplans können die messegäste zur grinding hub bequem am morgen anreisen und am abend nach messeschluss wieder zurück nach hause fliegen durch die lage zwischen flughafen einerseits und autobahn auf der anderen seite schafft das messegelände hier tatsächlich perfekte bedingungen für die an- und abreise direkte anbindungen an die autobahn a8 die bundesstraße b27 den internationalen flughafen die s und u-bahn und den gesamten öffentlichen personennahverkehr sorgen für angenehm kurze wege auf der aktuellen folie sehen sie ein paar beispiel verbindungen nach stuttgart mit der deutschen bahn oder mit dem eigenen pkw übrigens sind bei der grinding hub im ticket sowohl für aussteller als auch für besucher die anreise und abreise zur messe bereits inkludiert einfach den batch vorzeigen und dann können sie alle linien des öffentlichen personennahverkehrs nutzen und wie gesagt neben der bus verbindung und der s-bahn ist seit anfang des jahres die verlängerte linie u6 in betrieb damit haben wir eine zweite verbindung aus der stuttgarter innenstadt heraus über die stadtteile möhringen und degerloch in 30 minuten von der stadtmitte aus zur messe die s-bahn die am flughafen endet braucht für die strecke 27 minuten zum abschluss vielleicht noch ein paar sätze zur stadt stuttgart und dem aufenthalt hier während der grinding hub die landeshauptstadt hat ehrwürdige schlösser mutige architektur und den ein oder anderen sehenswerten neubau von automobilmuseum über barockschloss bis zum ersten fernsehturm der welt in stahlbeton gibt es hier für sie und für die messe teilnehmenden nach messeschluss viel zu erleben und zu entdecken und wie sagt man so schön wer viel arbeitet soll auch genießen auch das wird in stuttgart groß geschrieben neben exquisiter sterne gastronomie sorgt auch die bodenständige traditions küche für kulinarische highlights egal ob kässpätzle schupfnudeln oder maultaschen gibt es jede menge traditionsgerichte einen besonderen stellenwert hat übrigens der wein in stuttgart bereits neben dem hauptbahnhof treffen reisende und einwohner auf die ersten weinberge also kurzum stuttgart bietet für jeden geschmack das passende after work angebot überzeugen sie sich davon im mai als guter gastgeber habe ich natürlich dann ein paar tipps im pressezentrum für sie auf lager ich bedanke mich für ihre aufmerksamkeit und übergebe noch mal an herrn dr schäfer vom vdw der ihnen noch was zur besucherkampagne erzählt herzlichen dank noch mal ein ganz anderes thema nach den zahlen und fakten die sie jetzt über die grinding hub hier im mai bereits gehört haben wir haben uns was anderes mal überlegt wie wir die besucher auf dieses neue messe projekt aufmerksam machen möchten im mittelpunkt steht ugo die unknown grinding object mit diesem mit diesem bild möchten wir das neue das unbekannte sowohl die messe die hier an diesem messeplatz neu stattfinden wird als auch die innovationen die hier von seiten der aussteller präsentiert werden in den mittelpunkt stellen die anderen grinding object steht für alles neue was sie hier im mai auf der messe sehen können die grinding hub ist neu auf einem unbekannten territorium für die branche und daher sind wir gespannt welche innovationen hier von den ausstellern einiges werden sie gleich schon hören präsentiert werden um dann die aufmerksamkeit für dieses neue universum der branche in den vordergrund zu stellen wir haben uns dazu eine bildwelt überlegt mit den beispielen sie hier sehen aus dem umfeld der ufo bilden der ufo bilder mit entsprechenden slogans und wir denken dass das die aufmerksamkeit sowohl in den sozialen medien als auch im print oder in der plakatierung im umfeld des messe geländes bringen wird und man gespannt ist was hier auf dem messe gelände im mai zu sehen sein wird das ganze möchten wir natürlich noch verstärken nicht nur unsere aktivitäten im sinne von anzeigen werbung sie sehen hier eben auch plakatierungen oder posts in den sozialen medien die wir einbringen wollen sondern vor allen dingen auch sie einbinden die medien aber insbesondere auch die aussteller mit unserer challenge show your ufo mit der sie ihre innovation das außergewöhnliche was sie hierbei erkennen was sie hier einbringen wollen was sie im mai hier präsentieren in einem post in den sozialen medien vorzustellen das kann ein kollagiertes bild sein das kann ein kurzes video sein das können fotos sein die aufmerksamkeit erzeugen und damit den besucher für diese messe und für ihre innovationen interessieren wir sind gespannt auf ihren input den wir dann gerne weiter kommunizieren mit unseren aktivitäten in den sozialen medien am ende möchte ich festhalten dass wir mit der grinding hub einen neuen internationalen treffpunkt für die branche gestalten wollen mit dem neuen modernen messekonzept hier an einem verkehrstechnisch optimalen standort sind wir überzeugt dass die branche eine neue heimat findet und ich freue mich darauf sie im mai hier begrüßen zu dürfen damit gebe ich weiter an frau becker die uns hier durch den tag weiter führen wird vielen dank ja ganz herzlichen dank an die drei herren für die informationen zum messekonzept und zu den messevorbereitungen gerne würden wir jetzt eine kleine fragerunde ein räumen an dieser stelle können sie wenn sie fragen haben sich per handzeichen melden sie werden dann von unserer technik in wort und bild online geschaltet oder sie schreiben in den chat an unseren grinding hub host mutige voran ich sehe jetzt im moment erst mal keine frage wenn es keine fragen aus dem publikum im moment gibt dann würde ich gerne eine stelle stellen und zwar an wir sind ja jetzt sozusagen am ende der corona einschränkungen angekommen überall fallen die vorschriften und die maßnahmen dennoch sind die menschen natürlich fragen sich ob sie sicher sind wenn sie hier zur messe anreisen und vielleicht können sie ganz kurz mal etwas sagen zum hygienekonzept der grinding haben während ja während der reichen hat klar gerne ja also bei den hygienekonzepten die orientieren sich ja immer an der aktuellen landesverordnung die dann zum jeweiligen zeitpunkt der veranstaltung in kraft ist aktuell hat baden-württemberg die geltenden maßnahmen verlängert bis dritten april das heißt für die messen die aktuell laufen oder gerade am wochenende zu ende gegangen sind gelten die bekannten regeln mit maske tragen mit abstand halten und mit 3g stand heute dies kann und soll sich ja bundesweit ändern in deutschland ab dem dritten april sollen dann die beschränkungen fallen das heißt theoretisch ist dann keine testung mehr erforderlich und werden auch die masken fallen können die ausnahme ist dann immer ein regionaler hotspot an dem die landesregierung oder die stadtregierung dagegen steuern kann mit dann höheren auflagen jetzt drücken wir mal die daumen wollen wir mal nicht hoffen dass dann im mai ein hotspot herrscht und ja wir dann entsprechend frei messe machen ja darauf freuen wir uns natürlich alles vielen dank herr mai und jetzt habe ich eine frage aus dem publikum und zwar von stefan elgas von der zeitschrift metallmarkt und der zeitschrift aluminium kurier er möchte wissen welche rolle die fach die bewährten fachzeitschriften im messekonzept spielen angesichts der tatsache dass er hier sehr stark auf die sozialen medien bei der besucherwerbung abgehoben wird herr dr schäfer vielleicht möchten sie dazu was sagen ja diese die die fachmedien sind nach wie vor unser wichtiger partner denn wir möchten darüber vor allen dingen wertigen content aktuelle entwicklungen der branche die man nicht in einem kurzen post darstellen kann kommunizieren von daher unverändert arbeiten wir je nach thema in diesem fall eben stark ausgerichtet auf die inhalte der schleiftechnologie mit den fachmedien zusammen und das wird natürlich ergänzt um reichweite zu erzeugen um auch auf solche artikel hinzuweisen die die sie publizieren ob das online ist oder ob das in ihren publikationen print ist und das ist eine ergänzung und erweiterung aber wir werden nicht an anderer stelle etwas kürzen das ist nicht unser ziel ja vielen dank herr dr schäfer dann herr heidecker von der fachzeitschrift diema möchte wissen ob wir mit dem anmeldestand der grinding habe zufrieden sind ja dann darf ich das doch mal kurz kommentieren ja wir sind mit dem anmeldestand sehr zufrieden muss ich sagen mit glaube ich schon bei 360 ausstellern oder über 360 ausstellern und auch vor allen dingen mit allen marktführern in den verschiedenen produktbereichen gerade im bereich maschine im bereich schleiftechnologie werkzeuge und den ganzen peripherie bereichen ist das ein vollständiges bild der branche und damit sind wir mit diesem konzept für den ersten aufschlag sehr zufrieden ja vielen dank herr fecht fragt im auftrag der automobilproduktion spiegelt sich der trend zur elektromobilität im ausstellungsbereich wieder ob sich der trend zur elektromobilität im ausstellungsbereich widerspiegelt der trend zur elektromobilität ist ja weniger eine frage in der strukturierung der ausstellenden firmen oder der ausgestellten produkte wir adressieren mit der messe letzten endes alle kernbranchen die sich im bereich metallbearbeitung aufgestellt haben und entsprechende wertschöpfungsketten abbilden damit ist die automobilindustrie ein wichtiger partner das ist vollkommen klar neben dem maschinenbau luftfahrt medizintechnik und anderen aber es bildet sich in dem sinne jetzt nicht in der konzeption auf aussteller seite da es wird sich sicherlich abbilden in der nachfrage und der struktur der besucher die wir dann im mai begrüßen können ja vielen dank ich sehe jetzt keine weitere frage im moment wir haben ja nachher später noch zeit uns bilateral mit allen referenten zu unterhalten und weitere fragen zu stellen deshalb komme ich jetzt zum nächsten programmpunkt der beschäftigt sich mit der technik um die es bei der grinding hub geht und wir freuen uns sehr dass wir heute dr sebastian bart und seinen kollegen janik röttger bei uns haben beide kommen vom lehrstuhl technologie der fertigungsverfahren am werkzeugmaschinen labor wzl der rwth aachen sie sprechen über klimaschutz und nachhaltigkeit als innovationstreiber für die schleiftechnik also ein sehr brandaktuelles thema und ich übergebe gerne das wort an die beiden herren aus aachen ja vorbecker hören sie mich ja sehr gut perfekt erst mal vielen dank für die sehr freundliche einleitung vielleicht können sie der techniker noch gerade den tipp geben dass sie mich als einmal freigeben für die teilung des bildschirms dann kann ich auch gerne ein paar folien mit ihnen teilen heute generell der röttger ist heute auch da genau ich werde heute den vortrag halten bei fragen stehen mir denke ich sicherlich beide gleich zur verfügung ich versuche noch mal den bildschirm zu teilen perfekt sehr gut so ich hoffe sie können jetzt auch einen bildschirm sehen mit der titelfolie wir sehen perfekt super dann ja ich freue mich heute sehr dabei sein zu dürfen einen anstoß für die schleiftechnik heute geben zu dürfen ein paar impulse aus unserer schleiftagung aus dem januar mitzubringen und ihnen näher zu bringen wie genau der klimaschutz und nachhaltigkeit denn innovationen in der schleiftechnik aktuell treiben und treiben werden zukünftig was für herausforderungen diesbezüglich resultieren und wie wir da ja wie wir auf diese herausforderung reagieren können wenn wir uns klimaschutz und die dazugehörigen maßnahmen anschauen in den vergangenen jahren und auch dahingehend wie sie sich entwickeln werden dann gibt es einige maßgebliche maßgebliche daten kyoto 1997 baris 2015 oder glasgow 2021 in denen viele regelungen und bedingungen gestellt worden sind damit wir uns als menschheit zukünftig nachhaltiger aufstellen können nachhaltigkeit wird in dem sinne dann oftmals als ökologische nachhaltigkeit verstanden an der stelle muss man wissen dass das dass die begrifflichkeit nachhaltigkeit dreigeteilt ist und zwar nachhaltig handelt man dann wenn es ökologisch nachhaltig ist ökonomisch nachhaltig aber auch sozial nachhaltig das heißt man muss eigentlich immer alle drei komponenten im blick halten die diskussion wird heutzutage oftmals dahingehend geführt dass man eher die ökologische sichtweise im auge hat weil sie halt eine sehr sehr drängende eine sehr sehr drängende problematik darstellt zusätzlich dazu ist es so dass wir auch in der jüngsten vergangenheit leider sehr verstärkt merken dass es zu lieferengpässen kommt dass rohstoffpreise explodieren das sind einfach äußere einflüsse auf die man als unternehmen keinen direkten einfluss hat 89 prozent der unternehmen im deutschen maschinenbau leiden aktuell aber sehr an dieser knappheit vor allem an der knappheit von vor produkten und auch das ist etwas was man sicherlich sehr im auge behalten muss zusätzlich dazu ist es so auch in deutschland dass nach dem dihk der fachkräftemangel nach der pandemie anscheinend sogar größer oder größer scheint als vor der pandemie die aktuelle vakanzzeit von unbesetzten arbeitsstellen beträgt durchschnittlich 179 tage momentan was sie an der stelle vielleicht mitnehmen können ist dass ja die politischen und gesamtgesellschaftlichen rahmenbedingungen ändern sich zunehmend und auf die muss man auch in der schleiftechnik zukünftig reagieren können und wenn man ja oder sagen wir so als wäre das noch nicht genug schaut man mal auf die energiepreise dann sieht man dass die preise wenn man einen durchschnitt nimmt von 19 von 2017 bis 2020 bis heute dass die energiepreise sich wenn man es mal grob überschlägt um 44 prozent ungefähr erhöht haben und da weiß man ja in der aktuellen politischen situation noch nicht wo es weiterhin hingeht hinzu kommen abgaben die sich stark erhöhen bezüglich der co2 emissionen auch hier hat man einen starken zuwachs von 20 21 bis 20 25 zu verzeichnen da sind wir sogar 120 prozent weil die die abgaben für co2 pro tonne auf 55 euro im jahr 25 steigen werden und deutschland ist auch ein land mit einem sehr sehr hohen industrie strompreis was sicherlich auch einen einfluss auf die wettbewerbsfähigkeit haben kann und an dieser stelle stellt sich natürlich dann die frage wie können wir als unternehmen oder sich als unternehmen wie kann man in deutschland reagieren und da kommen wir zu dem punkt der klimawandel führt zu einer produktionswende wahrscheinlich gezwungenermaßen es ist so dass wir bisher in der produktionstechnik gewisse zielgrößen hatten und die erstmal diese zielgrößen werden sich zukünftig verändern oder sind schon im begriff sich zu verändern neben der qualität die immer noch eine wichtige rolle spielt kosten und zeit flexibilität rückt halt zunehmend aufgrund der da gerade dargestellten rahmenbedingungen auch die ökologische nachhaltigkeit im fokus und wenn sie einmal rechts schauen dort ist einmal abgebildet die performance von technologischen systemen abgebildet über eine sogenannte s kurve das ist ein eine kurve die in der in der wissenschaft sehr bekannt ist und auch gerne genutzt wird weil sie sehr effizient darstellt was was im fokus ist rückt dann kommen wir mit und mit auf ein plateau bei der automatisierten fertigung und der nächste schritt ist es nun in eine datengetriebene fertigung einzusteigen das ist in einem sehr kapitalintensiven betrieb mit vielen maschinen herausforderungen allerdings möchte ich ihnen heute mal einmal darstellen wo der benefit liegen kann und liegen wird wenn man entsprechende schritte geht das heißt auf der einen seite die zielgrößen für produzierende unternehmen ändern sich wir haben aber die möglichkeit über die schaffung einer gewissen datenbasis über messungen reaktionsfähig zu sein und da gab es den peter herrn peter drucker der schon vor einigen jahren den spruch geäußert hat you can't manage what you don't measure der nächste schritt den man in diesem in dieser beziehung gehen müsste wäre also dann dinge messbar zu machen und wenn man sich einmal anschaut wie eine entsprechende produktion aussehen könnte dann haben wir uns mal die mühe gemacht eine entsprechende produktionslinie bei uns am wcld hier in aachen einmal komplett durch zu sensorisieren wenn man es mal so bezeichnen möchte sie sehen hier unten auf der linken seite eine roter welle die in elektro elektromotoren eingesetzt wird die haben als forschungsinstitut einmal selbst gefertigt in mehrfacher ausführung in den dreistelliger ausführung mit leichten variationen der prozessparameter über die prozesskette hinweg und sie sehen dass in dieser prozesskette auch schleif prozesse natürlich einen teil waren weil der schleif prozess an sich natürlich oftmals die qualitäts und funktions bestimmten oberflächen auf deutschen bauteilen einstellt das sieht jetzt erstmal relativ kompliziert aus komplex das ist auch gar nicht wenig arbeit gewesen ich kann ihnen aber gleich einmal darstellen wo der benefit dieser mühe entsprechend liegt und wenn wir da einmal auf die nächste folie schauen und uns das bauteil noch mal anschauen auf der linken seite die dazugehörige prozesskette dann sehen wir die zielgrößen auch noch mal abgebildet qualität ökologie ökonomie also preise kosten des bauteils sie sehen die die zeit einmal dargestellt das ist der bereich den wir als flexibilität dann mit dem auge behalten müssen als produzierende unternehmen aber sie sehen auch einmal den digitalen zwilling den digital twin und die daten die wir produziert haben in unserer prototypischen messkette die haben uns erstmal ausschluss darüber geben können welche endqualität wir denn erreichen können also wir konnten nach einer gewissen weile vorhersagen treffen über die endqualität wir konnten informationen gewinnen welchen einfluss ein jeder einzelne prozess innerhalb dieser prozesskette also auch die schleif prozesse auf das finale bauteil hatten an welcher stelle ungewollte effekte aufgetreten sind innerhalb der prozesskette wir waren aber auch in der lage oder sind jetzt in der lage die ökobilanz eines jeden bauteils zu erstellen wir wissen welche prozesse die ökologie oder ökobilanz eines bauteils wie beeinflussen wo liegen also die abhängigkeiten wir können natürlich auch den energieverbrauch sauber messen wir können den energieverbrauch eines jeden einem jeden bauteil zuordnen einem einer jeden oberfläche auf dem gefertigten bauteil zuordnen und wir können auch messen wenn wir prozessparameter über die kette leicht variieren wie wir wo welche co2 emissionen einsparen können und mit denselben daten die wir dort erzeugen können wir aber auch identifizieren wie hoch die kosten für jedes bauteil sind welcher prozess welchen einfluss auf die wirtschaftlichkeit des bauteils hat und welche wirtschaftlichen abhängigkeiten innerhalb der prozessfolge bestehen das heißt wenn ich einen drehprozess eventuell ein wenig kürzer mache welchen einfluss hat das auf den nachgelagten schleifprozess auf den verbrauch an schleifwerkzeugmaterial all diese dinge kann man über die entsprechenden daten gewinnen analysieren und bewertbar machen und vielleicht noch ein kleiner eindruck in diesem in dieser versuchsreihe haben wir knapp 34 milliarden datenpunkte aufgenommen dazu zählen alle prozessdaten qualitätsdaten und metadaten das ist halt etwas was man dann in einer digital vernetzten produktion umsetzen muss und man muss bewusst sein dass die daten natürlich nicht wenig sind aber wenn man sie einmal nachvollziehbar und eindeutig an einer stelle verortet liegen hat dann ist da wahnsinnig viel information rauszuziehen womit man auf herausforderungen gut zukünftig regieren kann ein beispiel habe ich noch mitgebracht wenn sie diese welle die gefertigte welle sich anschauen und die einzelnen fertigungsschritte dann sieht man dass wenn man das anteilige wird zersparnungsvolumen gegenüberstellt zu dem anteiligen co2 äquivalent das man erzeugt bei der fertigung dass in schleifprozessen die wir angewendet haben wenig material zersparn worden ist das ist ja beim schleifen häufig so allerdings das zugehörige co2 äquivalent dann doch relativ hoch war und man könnte jetzt sagen gut das ist natürlich jetzt erstmal nicht so schön man muss aber sagen dass diese oberflächen die wir in der schleiftechnik erzeugen es gibt hat keinen keine alternative fertigungstechnologie oftmals zur erzeugung dieser oberflächen das heißt man geht dann in den prozess rein mit den daten die man erzeugt hat und kann dann auch identifizieren an welcher stelle hier einmal ein beispiel von der firma salgoban die auf der schleifkonferenz dieses jahr einen beitrag geleistet hat wo letztendlich die anteiligen energieverbräuche liegen man kann also genau die stellen identifizieren wo viel energieverbrauch kann an den stellen erstmal ansetzen und versuchen dort zuerst den stromverbrauch den energieverbrauch zu reduzieren das heißt sie können hebel identifizieren wo sie wenn sie ansetzen erstmal größten effekt haben man kann natürlich an der stelle sagen ja gut alles was der schleifprozess dann verkürzt reduziert auch den energieverbrauch da wissen wir schleifer aber natürlich dass ja wenn der schleifprozess schneller geht die produktivität steigt auch erstmal das werkzeug leidet und das freut der werkzeug hersteller letztendlich über eine gesamte bilanzierung also auch das werkzeug braucht ja energie umhergestellt zu werden das ist nicht ganz so einfach also so ganz trivial ist es nicht man muss entsprechend das sauber bilanzieren und das geht entsprechend dann wenn auch die daten von dem werkzeug hersteller dann mit in das spiel eingebracht werden man an dieser stelle hier aber kann man beispielsweise schon mal sehen dass es hohes potenzial zur reduzierung des energieverbrauchs gibt indem man die kss versorgung und die kühlschmischstoff versorgung anpasst und zwar so dass sie optimal bedarfsgerecht ausgerichtet ist also sind hebel zu identifizieren indem man daten aufgenommen hat das sind so die ersten wir nennen das low hanging fruits die dann entsprechend generiert werden können und genutzt werden können und an dieser stelle würde ich gerne ein kurzes zwischen fazit ziehen die das zielbild der digitalen vernetzten produktion ermöglicht zukünftig die systematische bewertung des bauteilbezogenen energie und ressourcenverbrauchs und somit dann auch des beitrags zum klimawandel die schleiftechnik ist oftmals qualitätsbestimmender prozess am ende der produktionskette und bestimmt die bauteil funktionalität dann sehr sehr maßgeblich wir haben an dieser stelle aber auch einiges an potenzial um einen beitrag zum klimaschutz und damit auch zur wettbewerbsfähigkeit zukünftig leisten zu können und nach diesem kurzen überblick über den einfluss genereller rahmenbedingungen gesellschaftlicher und gesetzlicher art auf die schleiftechnik möchte ich ganz gerne auch auf die produktseitigen änderungen in der schleiftechnik kurz anhand von zwei beispielen eingehen und hier habe ich zwei beispiel mitgebracht einmal eins aus der luftfahrt auf der linken seite sehen sie einmal auch wieder gesetzliche rahmenbedingungen die sich ändern die reduktion von geräuschen co2 und nox emissionen führen dazu dass ja die triebwerke zukünftig anders gestaltet sein müssen wenn diese zielgrößen erfüllt sein sollen und da kommen getriebe ins spiel in den entsprechenden triebwerken und ein zweites beispiel das hat mir auch schon gerade eben angeregt durch die frage von herrn fecht zur elektromobilität auch die elektromobilität wird eine zukünftig größere rolle spielen in der schleiftechnik sie wird sicherlich den einen oder anderen verbrenner ein wenig mit und mit verdrängen allerdings hat auch die elektrik haben auch elektrische antriebskomponenten ein großes potenzial für die schleiftechnik in summe und an der stelle habe ich ein beispiel mitgebracht zur optimierten dichtungsgegenlaufflächen für höhere drehzahlen die nämlich jetzt zukünftig ebenfalls wichtig werden das erste beispiel hängt mit dem kontinuierlichen weltschleifen von zahnrädern zusammen dieses verfahren ist sehr produktiv hat hohe zersparen leistungen und hergestellt werden in dem fall dann ja zahnräder die wechsel beansprucht sind diese wechsel beanspruchten bauteile haben eine geringere belastbarkeit als statisch belastete bauteile das muss man bei der fertigung berücksichtigen und beim einsatz ziel muss dann sein die steigerung der tragfestigkeit und der dauerfestigkeit wodurch dann eine erhöhung der leistungsfähigkeit und lebensdauer dieses produkt erzeugt werden kann und damit dann ein wieder mal ein durch die längere lebensdauer ein beitrag zur nachhaltigkeit und wenn man sich auf der rechten seite dann einmal eine wissenschaftlichen eine wissenschaftliche darstellung anschaut zur zulässigen flanken zahnflankenpressung dann kann man sehen dass man da als technologe als schleiftechnologe einiges an spiel noch hat indem man die oberflächen rauigkeit über den über die anpassung des schleifprozesses reduziert und das einmal auf der nächsten folie für sie dargestellt kann man über fein und polierschleifprozesse erzeugen diese oberflächen sind mit sonstigen schleifverfahren nur schwierig zu erreichen die fein und polierschleifprozesse bergen aber gewisse herausforderungen dies zu meistern gilt und da kommt dann der technologe der schleiftechnologe mit allen seinen all seinem know how ins spiel nur auf diese art und weise wer wird es zukünftig möglich sein die benötigten produkte der zukunft fertigungstechnik zu erzeugen denn sie sehen einmal auf der rechten seite dargestellt verschiedene rauheitsprofile nach den verschiedenen prozessen nach dem vorschleifen fein und polierschleifen einmal dargestellt welchen effekt das dann auf die oberfläche hat und zielen muss es dann sein in die unteren bereiche zu kommen denn nur so können sie dann die tragfähigkeit dieser zukünftig benötigten bauteile wirklich erzeugen das geht nur mit der entsprechenden maschinentechnik mit dem entsprechenden know how und mit der entsprechenden kombination aller beteiligten komponenten im schleifprozess ein zweites beispiel das ich mitgebracht habe da sind wir in der eben schon erwähnten elektromobilität die elektromobilität führt dazu dass bisher wenig beachtete oder wenig relevante probleme in den fokus rücken wenn sie sich mal anschauen auf der linken seite einmal typische diesel engine dargestellt dann gehen wir dann nach rechts zur formel eins und dann nach rechts zu elektromotoren das sind auf dieser oder hier sind abgebildet die entsprechenden drehzahl in diese einzelnen motoren und sie sehen das mit der elektromobilität die drehzahl benötigte drehzahl in motoren stark zunimmt was dazu führt und das auf der rechten seite dargestellt dass es zu einer gewissen leckage kommen kann von abgedichteten system in einem motor dreht sich eine eine welle diese welle ist abgedichtet über eine ringdichtung und wenn die welle eine bestimmte oberflächentopographie mitbringt die nicht optimal ausgelegt ist dann kann es sein dass ihre ihre welle oder ihr system durch die leckage trocken gelegt wird und damit zu einem motorschaden führt und sie sehen das einmal unten rechts schön dargestellt mit zunehmender drehzahl steigt der förderwert einer einer oberfläche wenn sie schlecht ausgelegt ist das heißt je schneller ihre welle im motor dreht desto eher wird es da wird es passieren dass ihr schmiermittel aus dem system ausgetragen wird und damit trocken läuft und damit der motor hin ist und ja dieses dieses problem war bisher halt einfach wenig im fokus weil es einfach nicht nötig war das zu betrachten und jetzt mit den hohen drehzahl in der elektromobilität sieht das aber ganz anders aus und da stellen sich wieder mal herausforderungen an die schleiftechnik denn sie müssen diese strukturen kennenlernen die auf der oberfläche sind und managen können wenn man sich diese strukturen mit einem entsprechenden messgerät mit einem laserscanning mikroskop einmal anschaut dann sehen sie auf der linken seite die schönen schleifriefen diese schleifriefen kann man über entsprechende software identifizieren kann man die orientierung dieser dieser schleifriefen kann man dann auch bewertbar machen und sie sehen dann unten einmal dargestellt in einer schönen gleichseitigen verteilung wie es eigentlich optimal aussehen sollte wenn die schleifriefen sich aber in eine richtung links oder rechts orientieren dann führt das dazu dass bei der erhöhung der drehzahl ist zu dieser gerade erwähnten leckage kommen kann und dazu führen wir aktuell untersuchungen durch im besonderen herr röttger der auch heute da ist der sich hat angeschaut hat welchen einfluss dass der abricht prozess im schleif prozess auf diese oberflächen strukturen von wellen in den elektromotoren hat und wir versuchen zu identifizieren wie genau die schleif prozesse der zukunft ausgelegt werden müssen damit es eben nicht zu dieser leckage kommt damit wir auch die hochdrehenden dreht oder die hohen drehzahlen in elektromotoren zukünftig für uns nutzbar machen können und da kommt der schleiftechnik eine große und bedeutende rolle zu sich genau das nämlich im detail anzuschauen die maschinentechnik die abricht prozesse und die entsprechenden werkzeuge dafür herstellen zu können und an der stelle vielleicht mal noch mal ein kurzes fazit nachdem wir eben gehört hatten dass transparenz der energie und ressourcenverbräuche zukünftig eine große rolle spielen wird müssen wir zukünftig kenntnis über die korrelation zwischen bauteileigenschaften den neuen bauteilen der neuen bauteile haben und deren funktionsverhalten und da hatten wir gesehen an zwei klaren kurzen beispiel für heute welche rolle die reduzierung der oberflächen raueheit durch schleifen oder die mikro dreifreie dichtungsgegenlaufflächen bearbeitung haben können das heißt die ursache wirkungszusammenhänge im schleifen bleiben zukünftig auch eine wichtige größe um schleifprozesse auslegen zu können ja und sie sehen dass die die bisherig kurz dargestellten entwicklung zeigen es wird zunehmend darum gehen eine wachsende anzahl von einflüssen im schlau in der schleiftechnik in der in der schleiftechnologie zu orchestrieren und ähnliches sagte dann auch zu beginn des jahrhunderts bereits steven hawkins ich denke die meisten von ihnen kennen ihn er sagte i think the next century will be the century of complexity komplexität wird eine zunehmend große rolle in den fertigungs und damit auch in der schleiftechnologie spielen und wenn wir uns einmal an der stelle anschauen die schleiftechnologie mit ihren nenn ich mal üblichen verdächtigen komponenten in der mitte sie sehen die vier zielgrößen die zu beginn des meines vortrags schon einmal aufgelegt worden sind die gilt es zukünftig über an über einzubringen und zwar mehr denn je das sieht im ersten moment erstmal nicht komplex aus aber sie sehen das schon in der überschrift wer beherrscht die komplexität in funktions und verbrauchs optimierten prozessen wenn man sich nämlich die einzelnen komponenten in im detail anschaut dann sieht man was alles hinter der maschine steckt sie müssen eine maschine energieeffizienz auslegen sie müssen das know how über die maschine an sich natürlich haben datenerfassung spielt zukünftig eine rolle und wie kann man prozesse in der maschine optimieren indem man künstliche intelligenz mit einfließen lässt wenn sich das werkzeug im detail anschauen auch da gibt es viele innovationen sie müssen aber auch als werkzeughersteller zukünftig darauf achten wie sie ressourcen schön schonen können wie reagieren sie auf ressourcen knappheit und wie können sie bei all diesen herausforderungen gleichzeitig noch garantieren dass ihr werkzeug zukünftig lange hält das gleiche bei den abricht werkzeugen auch hier gibt es stetig neuerungen die die sind auch gut und sie haben gesehen welche rolle abricht prozesse in der elektromobilität mobilität beispielsweise spielen können wie automatisiert man abricht prozesse dahingehend dass man werkzeug verschleiß zukünftig möglichst gering hält wie können sie den verschleiß ihres werkzeugs und ihres abricht werkzeugs zukünftig automatisiert messen die kühlschmierstoffe auch ein sehr großes feld hat mir heute auch schon gesehen habe ich ihnen kurz präsentiert welchen einfluss die kühlung des prozesses und mit der gesamten daran hängenden peripherie spielen kann um energie einzusparen welche möglichkeiten gibt es zukünftig wenn man von öl basierten also fossil basierten rohstoffen weg möchte diese rohstoffe zu ersetzen durch nachhaltig und wiederverwertbare bio basierte kühlschmierstoffe und welche rolle spielt die kühlschmierstoffzufuhr zukünftig auch das hatte ich eben kurz angerissen da liegt wahnsinnig viel potenzial um schleif prozesse zukünftig nachhaltiger ökologisch nachhaltiger zu machen und damit auch ökonomisch für sich selbst als unternehmer und unternehmen etwas rauszuziehen dann zusätzlich natürlich das generelle wissen über neue entwicklungen der schleiftechnologie wo ich heute natürlich gerne meinen beitrag leiste auch an der stelle eine sehr wichtige komponente die zukünftig auf uns alle zukommen wird ist das der teil des human machine teaming also wie können moderne maschinen mit beispielsweise auch eingebetteter künstliche intelligenz zusammen mit unseren mitarbeiter mit unseren kollegen zusammenarbeiten das ist ein ganz bewusst von gewähltes eine ganz bewusst gewählt 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 begrifflichkeit das teaming an der stelle muss man sehr darauf achten dass die einzelnen beteiligten möglichst eng und vertraut zusammenarbeiten wissenstransfer ganz wichtig wie können wir das garantieren wie können wir garantieren dass die jungen generation das wahnsinnig tiefgehende wissen unserer langjährigen mitarbeiter mitnehmen können auch das ist echt eine herausforderung und das gilt es auch in der schleiftechnik zukünftig zu managen und nichts ja nicht zum schluss das material das wir verarbeiten auch da kommen gewisse herausforderungen auf uns zu wir haben sicherlich mit qualitätsschwankungen zu zu arbeiten wenn wir an das material kommen also wenn es nicht zu engpässen kommt dann wird es auch so sein dass zunehmend schwer zersparenbare werkstoffe eine rolle spielen auch das ist immer wieder eine herausforderung für uns als wissenschaftler natürlich wahnsinnig spannend aber an der stelle muss man auch einfach genau wissen wie man an solche sachen dran geht und ich denke die flexibilität wird eine rolle spielen weil einfach auch dadurch dass beispielsweise die elektromobilität ein einzug findet dass die größen einfach kleiner werden und damit entsprechend wir flexibler als schleiftechnologen reagieren müssen und wenn ich dieses hochkomplexe system dass ich ihn gerade auf der folie einmal versucht habe darzustellen versuche auf die drei beispiel anwendungsfälle die ich heute mitgebracht habe einmal zu beziehen also auf die reduzierung des stromverbrauchs in der fertigung auf tribologisch optimierte dichtungsgegenlaufflächen oder die erhöhung der tragfähigkeit von zahnrädern dann wird es so sein dass man dieses hochkomplexe system für jeden dieser drei anwendungsfälle im detail sich genau anschauen muss und entsprechend darauf ausrichten muss denn nur dann sind sie in der lage funktionalität ressourcenschonende systeme zu erzeugen die bauteile lebensdauer zu erhöhen die leistungsdichte technischer komponenten zu erhöhen was dann letztendlich dazu führt dass sie in dem als gesamtgesellschaft ein den energieverbrauch reduzieren den ressourcenverbrauch aber auch reduzieren und dann auch beispielsweise das bauteilgewicht reduzieren können und das führt dann in summe dazu dass der co2 fußabdruck ihrer komponenten oder des gesamtbauteils in seinem lebenszyklus fällt und das wiederum führt dazu dass wettbewerbsfähigkeit aller beteiligten unternehmen steigt denn jeder beitrag zur nachhaltigkeit wird mittelfristig zu einer verbesserung der wettbewerbsfähigkeit führen also wenn sie heute anfangen eine investition zu tätigen um einzelne dinge nachhaltiger zu gestalten sozial ökonomisch oder ökologisch wird sich das mittel und langfristig für sie und ihr unternehmen sicherlich sehr sehr auszahlen weil es einfach die wettbewerbsfähigkeit mit den steigenden anforderungen aus gesetzlicher seite verbessert und an der stelle das ganze dann managbar zu machen ist eine herausforderung und da möchte ich an der stelle einfach eine kleine anregung mit geben hier einmal dargestellt dass achener modell zur schleiftechnik es wird zukünftig mehr und mehr darauf hinauslaufen müssen noch mehr interdisziplinäre teams zu vernetzen und zu orchestrieren sie müssen auf oder wir werden auf den verschiedenen ebenen aus dem auf dem technologie level dem sensor level zur erfassung von daten dem datenteilen und aber auch dem dem verarbeiten und dem generieren des des mehrwerts aus daten zukünftig noch interdisziplinär enger zusammenarbeiten um dann einfach die zur zielerfüllung genau diese vier bereichen nämlich technologie sensorik mitarbeiter und datenebene zielgrößen orientiert zu verknüpfen um genau unsere vier zielgrößen die sich durch meinen vortrag durchgezogen haben bestmöglich gemeinsam erreichen zu können an der stelle einfach ein kurzer ordnungsrahmen auf dessen basis das jetzt schon passiert und zukünftig dann vielleicht noch etwas verstärkter passieren kann und an der stelle dann auch noch mal ein kurzes zwischen fazit es wird darum gehen auch zukünftig komplexität beherrschbar zu machen und verbrauchs- und funktionsoptimierte produkte erzeugbar zu machen die dafür nötigen schleif prozesse zu beherrschen in ihrer summe mit allen beteiligten und ich glaube dass an der stelle ja fachmessen konferenzen und forschungsnetzwerke eine große rolle spielen werden und deswegen freue ich mich dass natürlich die grinding hub da eine plattform bietet oder eine plattform sein wird an der man sich genau zu diesen themen perfekt mit der entsprechenden maschinen ausstattung mit der peripherie ausstattung mit allen werkzeugen die es dazu gehört und abrichtbaren abrichtwerkzeugen das direkt vor ort zu diskutieren alles in live glücklicherweise die schleiftagung die dieses jahr dieses jahr das erste mal von uns ausgerichtet worden ist wird hoffentlich auch ihren beitrag leisten können oder aber beispielsweise wissenschafts netzwerke oder netzwerk aus industrie und forschung gemeinsam diese dinge anzugehen wege zu finden gemeinsam und entsprechend das ganze dann in eine sehr sehr fruchtbare zukunft und damit in einer wettbewerbsfähige zukunft tragen zu können und an dieser stelle bedanke ich mich ganz 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 herzlich für die einladung heute bedanke mich sehr herzlich für das zuhören und stehe natürlich im nachgang gerne für fragen zur verfügung ich denke röttger ist auch noch dabei und bei röttger bedanke ich ganz herzlich 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 an dieser stelle er hat mich bei der vorbereitung für diesen vortrag unterstützt und super vielen dank dafür und ihnen allen ja viel erfolg heute noch und ich freue mich auf das gemeinsame zusammenkommen auf der grinding hub in stuttgart vielen dank ja ganz herzlichen dank herr dr bad für diese interessanten einblicke über die trends in der schleiftechnik und auch hier werden wir eine kurze fragerunde einblenden und da haben wir auch bereits zwei fragen im chat und zwar fragt herr heidegger von der fachzeitschrift diema themen wie nachhaltigkeit oder die lieferketten problematik sind teil ihrer forschungsaktivitäten auf welche art unterstützen sie unternehmen gerade jetzt aktuell diese wege mit zu gestalten und auch umzusetzen ja vielen dank für die frage das machen wir auf verschiedenen ebenen ich also eine ebene ist die ist beispielsweise auf der vernetzung der maschinen verortet ich hatte das beispiel hat eben mit der adaptiven vernetzten produktion bei uns im haus was wir gemacht haben wir haben maschinen miteinander vernetzt haben daten über die produktionskette eines bauteils erfasst und haben jetzt wissen darüber zur fertigung eines solchen bauteils um es letztendlich ökonomisch und ökologisch bilanzieren zu können welche daten muss man überhaupt erfassen wie kann man die an den einzelnen prozessen erfassen also auch der schleiftechnik und was kann man letztendlich mit den daten anfangen wie muss man sie verarbeiten um letztendlich den mehrwert daraus zu generieren dass es für ein unternehmen nutzbar ist und dann wirklich auch nachhaltig eine veränderung möglich macht dass das eine und zusätzlich dazu können wir natürlich dann auch sowohl daten basiert aber auch erfahrungsbasiert die unternehmen unterstützen einzelprozesse zu optimieren unserer meinung nach wird es zukünftig aber dahin gehen müssen dass wir ganze produktionsketten gesamtheitlich betrachten und dementsprechend dann optimieren jeder einzelprozess ist teil der kette aber ich glaube in summe wird so sein dass die gesamtkette zusammen einheitlich betrachtet werden muss vielen dank dann gibt es noch eine frage von herrn fecht mit blick auf den laser polishing kongress im letzten jahr am frauenhofer ilt untersuchen sie auch die chancen des laser polieren und wie beurteilen sie diese schleif konkurrenz das ist sicherlich eine eine technologische alternative wenn es aber an die produktivität geht bin ich mir eigentlich sehr sicher dass der schleif prozess da bisher unangetastet ist also da kann man das hängt ein bisschen davon ab wie die technologie im laser im laserbereich sich verändert momentan würde ich sagen dass es eine technologie eine technologische alternative ist aber bisher keine industrielle vielen dank gerne auch sie stehen nachher noch in den sogenannten break break out rooms zur verfügung für weitere fragen die vielleicht bilateral dann noch entstehen jetzt muss ich aber noch mal einen schritt zurückgehen weil herr raimon castalis aus spanien noch zum vorhergehenden programmpunkt fragt ob die grinding hat habe eine konkurrenz zur amb sein wird oder komplementär zur amb stattfinden wird da ist glaube ich ja mal gefragt andere seite herr mal vielen dank für die frage also wir nehmen sie als komplementär war wir haben ja zum einen die anmeldezahlen für die grinding habe heute schon gehört der bereich schleif technik auch auf der amb nach wie vor eine der themenwelten die dort präsentiert wird wie in der vergangenheit auch ist die schleif technik bei der amb in der halle 5 zu finden und haben wir die bekannten namen bekannten gesichter bekannten firmen auch dieses heim september wieder auf der amb vertreten in voller anzahl wie in den vergangenen jahren auch also wir nehmen es als komplementär war dankeschön ja gut dann herzlichen dank an dieser stelle an alle referenten bisher und jetzt steigen wir in die elevator pitches ein wir freuen uns sehr dass 16 aussteller der grinding habe unserer einladung gefolgt sind und heute in kurzen jeweils dreiminütigen pitches ihre highlights für die messe vorstellen werden und ich würde jetzt die referenten der reihe nach sozusagen das wort erteilen und möchte als erstes herrn schäfer leiter produktmanagement von kap nals in coburg bitten bitteschön herr schäfer so mikro ist an ja okay kann man das ausmachen verzeihung bitte okay verzeihung liebe fachpresse liebe zuschauer wie gesagt ich bin konstantin schäfer leiter des produktmanagements bei kap nals wir sind eine unternehmensgruppe die werkzeugmaschinen abrichtwerkzeuge schleifwerkzeuge aber auch messzentren rund um die hart fein bearbeitung von verzahnungen herstellt der bart schon auf ausgeführt hat gibt es sehr viele technologien und know how beziehungsweise herausforderungen die gelöst werden müssen und wir bieten unseren kunden im grunde das spektrum um diese herausforderungen zu begegnen wie wollen wir das dann auf der messe zeigen ähnlich wie halt jetzt auch das thema der messe ist bring solutions to the surface genau so haben wir dann auch unseren messestand aufgebaut in dem wir dann sechs exemplarische werkstücke aus schlüsselte schlüssel branchen zeigen und anhand dieser werkstücke zeigen wir die herausforderung der jeweiligen branche und wie man sie sozusagen beantworten kann und mit welchen werkzeugen wir unseren kunden befähigen diesen herausforderungen zu begegnen diese beispiele sind aus der automobilindustrie da hatten wir schon e getriebe erwähnt werden schon luftfahrt industrie erwähnt dass da hat er bad ausgeführt dass da neue getriebe eingebaut werden beziehungsweise die gesamte turbin technik neu aufgesetzt wird wir werden auch beispiele aus der windkraft windkraft aus der kompressoren technik bieten und auch aus der robotik sozusagen beispielsweise bei den e getrieben da wurde schon erwähnt dass wir hohe drehzahlen haben also ein verbrenner hat sozusagen 2500 bis 8000 umdrehungen pro minute während der elektrogetriebe fünf bis 20 mal schneller drehen und das erzeugt dann ein neues geräuschverhalten das ist dann zu unterdrücken gilt und da braucht man eine reihe an technologien und know how um diese dann zu um diesen sachen zu begegnen ähnlich dann auch bei der luftfahrt industrie wo im grunde mit diesen neuartigen planeten getrieben die eingebaut werden neue anforderungen entstehen und wir haben uns damit schon jetzt seit jahren befasst und wissen halt diese anforderungen zu beantworten auch bei der windkraft jetzt haben wir es gesehen wir wollen jetzt wieder mehr windenergie ausbauen weil wir uns unabhängig machen wollen von der energie beziehungsweise energie aus russland da werden jetzt im grunde neue offshore parks aufgebaut und diese parks werden größer und größer werden und auch die bauteile dazu werden größer und größer werden auch diesen größeren werkstücken können wir gerecht werden indem wir sie schnell produzieren können obwohl sie groß sind sozusagen das können wir ihnen alles auf dem stand zeigen und wenn sie dann zu uns zum stand kommen haben wir noch ein besonderes schmankerl für sie bereit wo sie dann in der lage sind in unsere neueste und umfangreichste entwicklung persönlich einzutauchen vielen vielen dank ja ganz herzlichen dank herr schäfer und ich darf als nächstes begrüßen herrn dr christoph schiffers zuständig im produktmanagement coating equipment bei der firma semicon in würselen ja herzlichen dank für die einführung herzlichen willkommen bei semicon danke an die macher der grinding hub und des vdw für diese einladung ich sehe unsere maschinenbau stehe hier vor beschichtungsmaschinen und unser thema für die griein ding hat griein hat schleifen wir beschichten die geschliffenen werkzeuge wir wollen unseren kunden und den besuchern zeigen wie die wenigen mühschicht die wir oben drauf machen den unterschied ausmachen das thema business booster was für unser headline gewählt haben wir wollen zeigen wie sie mit einer beschichtungsmaschine neue märkte gewinnen dazu möchten wir auch der messe und ich hier mit ihnen in den nächsten drei minuten drei fragen beantworten warum sollte ein werkzeug hersteller eine eigene beschichtungsmaschine haben warum sollte das eine haltungsmaschine sein und warum sollte die von semicon kommen fangen wir mit der ersten frage an sie investieren in schleifen sie sind perfekt im schleifen warum sollten sie eine eigene beschichtungsmaschine haben erster punkt ganz einfach sie werden schneller sie verkürzen die prozesskette dadurch dass sie den kompletten wertschöpfungsprozess im eigenen haus abbilden und das bringt ihnen den wettbewerbsvorteil von anderen sie werden besser sie werden besser weil sie all die mühe die sie in schleifen die geometrie gesteckt haben jetzt auch mit wenigen änderungen optimiert auf die schicht aufbringen können sie können genau ihr zugeschnitt zugeschnittenes schichtprodukt liefern und auch das unterscheidet sie vom wettbewerb und selbstverständlich return of investment wir sagen so als faustformel ab 200.000 euro ist eine beschichtungsmaschine rein aus ökonomischen gründen sinnvoll so jetzt sehen sie oben schon in der maschine dieses akronym high pins eins der vielen basswörter high impulse magneton sputtering warum sollte ein werkzeug hersteller hersteller heute so eine maschine wählen high pins high impulse magneton sputtering die schicht wächst durch hochenergie pulse und das ist der entscheidende punkt wir haben nicht mehr wie bei einer konventionellen anlage nur leistung sondern wir haben gepulste leistung darüber gewinnen sie kontrolle kontrolle über den prozess das ist das entscheidende heute um leistung besser anzupassen und da habe ich in zwei beispiel aus unserer lohnbeschichtung mitgebracht die ich dir mal ins bild holen will ein üblicher schaftfräser mit einer typisch siliziumhaltige schicht das ist lange bekannt diese schichten sind verschleißfester sind aber in der regel auch sehr empfindlich gegen hohen vorschub oder gegen sonstige hohe kräfte high pins macht die körner der schicht kleiner feiner und addiert zähigkeit auf einmal können sie solche super hoch harten schichten deutlich weiter einsetzen das ist ein riesen sprung in der anwendung wenn wir zu wendeplatten gehen werden wendeplatten sehr oft in der schwer zerspannung benutzt in der schwer zerspannung nutzt jedes mikrometer an schicht um den sehr hohen zerspannen volumina standzuhalten hier können sie mit dieser technologie high pins bis zu 12 mikrometer in einer pvd-schicht abschalten geringe einstellbare druck eigenspannung das technische feature dahinter ist die synchronisation der kathoden pulse mit denen um tisch einstellbare managebare eigenspannung ist ein ganz neues feature was keine andere beschichtungstechnik kann aus diesen beiden sehr unterschiedlichen beispielen super hoch harte schicht auf dem schaftwerkzeug sehr dicke schicht auf einer wendeplatte sehen sie was anderes was für die technik halten spricht flexibilität das wofür man früher mehrere maschinen benutzt hätte kann man heute in einer abbilden und die welt ist das haben wir schon im einführungsvortrag was im bzl gehört unsicherer geworden zukunft nicht schwerer vorher zu sagen flexibilität ist ein hoher wert ja das darf ich kurz dazwischen grätschen drei hatten wir vorgesehen und okay jetzt zum ende zu kommen gerne danke für den hinweis ja warum eine maschine von zemikon wir liefern deutsche maschinen richtig aber in der nächsten halle von hier steht die größte lohnbeschichtung dieser erde wird zersparen werkzeuge diese 35 jahre erfahrung sind in dieser maschine wir liefern technologietransfer herzlichen dank für die einladung für ihre zeit und ich bin für ihre fragen offen vielen dank herr dr schiffers fragen können im anschluss an die gesamtpräsentation dann in den breakout rooms gestellt werden jetzt habe ich als nächstes herrn riefling vertriebsleiter international und international sales manager bei iew im österreichischen gumboldts kirchen bitten vielen lieben dank für die einführung schönen guten tag alle zusammen ja wie schon gesagt mein name ist simon riefling ich bin internationale vertriebsleiter der firma iew induktive erwärmungsanlagen gmbh aus österreich wir sitzen südlich von wien und wir sind ein wickler und produzent von induktions und vakuum löt anlagen und wir unterstützen unsere kunden speziell in der werkzeugindustrie bestmögliche diamantwerkzeuge zu produzieren indem wir ihnen die dafür optimalen löt anlagen zur verfügung stellen die problemstellung vieler kunden ist derzeit ja die mitarbeiter die schon lange an induktions oder flammlöt anlagen arbeiten werden langsam aber sicher ins rentenfähige alter übergehen und es eben extrem schwierig nachwuchs in dem bereich zu finden die wenigsten jungen leute wollen sich täglich mit flussmittel ihre hände und oder ihre klamotten versauen und die beim löten entstehenden flussmittel dämpfe wollen sie natürlich auch nicht einatmen dementsprechend und zusätzlich weil unsere kunden immer öfter diamantschneidstoffe verarbeiten mussten die an atmosphäre nicht mehr verlötbar sind kamen in 2017 einige unserer bestandskunden auf uns zu und haben uns gefragt ob wir nicht denn ja ein geeignetes produkt für sie entwickeln können in diesem bereich dem haben wir dann rechnung getragen mit unserer vakuum löt anlage vvbm 200 das ist eine vertikal aufgebaute vakuum löt anlage in der wir stehend und auf verschiedenen ebenen produkte bis zu 180 mal 350 millimeter einbringen und dann vollautomatisch unter hoch vakuum verlöten können dadurch lösen wir mehrere probleme auf einmal zunächst sinkt natürlich mal die abhängigkeit von speziell fach ausgebildeten fachpersonal also immer wieder beim thema fachkräftemangel und es bedarf dort nur einer geschickten hand um das aufbringen der lötpaste zu gewährleisten zusätzlich sind die arbeitsbedingungen im generellen dort weit besser als beim professionell mit induktion oder flammen ausgestatteten lotarbeitsplatz es entstehen keine dämpfe oder ähnliches die im vakuum gelöteten produkte müssen nach dem löten nicht aufwendig gereinigt werden sondern sie können direkt weiterverarbeitet werden ohne sandstrahlen oder ähnliches die firma ihr wer verfügt über eine sehr große expertise im bereich der löt technik und wir können unsere kunden hinsichtlich der lot zusatzwerk aus stoff auswahl und in der geeigneten prozessparametern beraten und unterstützen unsere vakuum nötanlage werden wir als voll funktionsfähiges ausstellungsstück auf der grinding app präsentieren und zusätzlich unsere neu entwickelte vvbm 150 die ist zwar etwas kleiner jedoch trotzdem mit hochwertigen und vor allem lokal eingekauften komponenten wie zum beispiel einer turbo molekular pumpe der firma pfeiffer vakuum und infrarot strahlender firma reos ausgestattet und ist aufgrund eben der einfache kompakteren aufbau deutlich kostengünstiger wir freuen uns sehr auf die neue messe in stuttgart und hoffen auf viele besucher natürlich gute fachgespräche wir werden auf der messe auch weiter bauteile löten und wollen auch zusammen den unterschied zeigen zwischen induktions gelöteten bauteilen und vakuum gelöteten bauteilen also kommen sie auf unseren messestand in der halle 9 am stand d35 und besprechen sie mit uns ihre erwärmungsaufgabe wir freuen uns auf ihren besuch vielen lieben dank und bei fragen stehe ich später gern noch zur Verfügung dankeschön ja ganz herzlichen dank herr riefling und dann darf ich als nächstes dominik dippel von keber spindel technology in rollbach begrüßen auch ich begrüße ganz herzlich alle in dieser runde hallo mein name ist dominik dippel und ich bin für den vertrieb deutschland süd und österreich bei der keber spindel technology zuständig das traditionsunternehmen heinz fiege gmbh welches seit 60 jahren maßgeschneiderte spindeltechnologie herstellt wurde bereits im jahr 2018 von der keber gruppe übernommen und anfang diesen jahres in die keber spindel technology umformiert wir sehen das spindelgeschäft als strategisch und wirtschaftlich wichtigen bestandteil der industrieautomation innerhalb der gesamten keber gruppe mit qualifizierten und motivierten fachpersonal sowie ein hoch modernen maschinenpark bietet keber spindeltechnologie beratung entwicklung konstruktion fertigung und service aus einer hand ob aus unseren standard programm oder individuell und maßgeschneidert auf den jeweiligen einsatzbereich unsere kunden profitieren vielleicht auch bald sie von qualitativ hochwertiger spindeltechnologie für das seriengeschäft genauso wie für den sondermaschinenbau unsere motor riemen und abbricht spindeln finden ihren einsatz in den verschiedensten applikationen wie zum beispiel zum spitzenlosen schleifen polieren fräsen und überzeugen durch hohe präzision und qualität bis hin zum condition monitoring mit unserer vibrations unterstützen 6d magnet lager spindel wird ein völlig neuer bohrprozess realisiert dabei ist eine steigerung der bearbeitungsgeschwindigkeit um 200 bis 300 prozent bei gleichzeitiger reduzierung des werkzeugverschleißes um mehr als die hälfte möglich sie wollen ein deep dive mit unseren experten dann lassen sie uns ihr tech body sein und besuchen sie uns in stuttgart zur grinding cup in halle 10 stand c75 wir freuen auf sie bis bald ihr keber team vielen dank ja ganz herzlichen dank herr dippel und ich begrüße als nächstes tobias lander geschäftsführer der firma lander in kippenheim schönen guten morgen an alle hier in dieser runde ich freue mich woher lander jetzt ist der ton an der herstellung und entwicklung von späne und schleifschlamm aufbereitungsanlagen wo gehobelt wird fallen späne wo geschliffen wird entsteht schleifschlamm schleifschlamm im gemisch mit dem kühlschmierstoff ist ein gemisch das so nicht entsorgt werden kann und aus ökologischen ist getrennt das öl kann nach einer filtrierung der werkzeugmaschine wieder zurückgegeben werden und nahezu endlos wiederverwendet werden das abgetragene material vom schleif prozess kann entsorgt werden und nur wenn es optimal aufbereitet ist stellt es auch keine umwelt wie kann man dieses gemisch voneinander optimal trennen hierzu gibt es unterschiedliche prozesse zum einen über eine zentrifug von dem feststoff physikalisch getrennt und liegt nachher als nahezu flüssigkeitsfreier der stoff vor bruchteil der ursprünglichen masse dann entsorgt werden kann ein zweiter prozess ist das prikettieren hier wird aus dem kein ton das verpressen wird der kühlschmierstoff kontinuierlich ausgepresst und kann ebenso wieder zugeführt werden und so gefahrlos entsorgt werden beide prozesse haben ihre vor und nachteile welche dies sind würden wir gerne ihn in der grinding hub auf unserem stand im mai näher bringen und in unsere maschinen und prozesse präsentieren mai in stuttgart persönlich zu sehen vielen dank ich will ja ganz herzlichen dank herr laner wir hatten jetzt ein bisschen tonprobleme aber das ist vielleicht ein guter aufhänger sich gleich mit ihnen noch in der breaking im breaking out room zusammenzuschließen als nächstes begrüße ich thomas morgenroth verkaufsleiter sonderspannmittel bei der heimbuch spannen neben ein buch in marbach ja auch von mir seitens heimbuch ein herzlich willkommen in die runde vielen dank für die einladung mein name ist thomas morgenroth ich bin der verkaufsleiter sonderprodukte in deutschland heimbuch als familiengeführtes unternehmen 1951 gegründet heute in der dritten generation heimbuch schreibt heute 1000 mitarbeiter weltweit an internationalen standorten unser jüngster standort ist 2020 mit in die gruppe aufgenommen die firma fisch und polyautomatisierung am standort in lindau am bodensee diese teil der gruppe ermöglicht es uns komplett automatisierungslösungen für die herausforderung unsere kunden bereitzustellen als heimbuch haben wir einen breiten katalog von 8000 produkten für alle rotierenden und stationären maschinen wir gelten als trendsetter markt für die innen und außenspannung wir fühlen uns in jedem prozess und in jedem fertigungsschritt zu hause auch im schleifen wir sind mühgenau unterwegs und eigentlich jedes getriebeteil zahnräder et cetera wird mit einem heimbuch system heute schon einer großen wahrscheinlichkeit von uns gespannt an sich als merkmal für unser produkt ist einmal die mühgenaue spannung aber zum anderen auch die rüstfreundlichkeit wir schauen immer dass die maschine wieder schnell und versparen ist und gelten hier als absolute experten aber nicht nur im standardbereich fühlen uns ganz wohl sondern wir sind auch im bereich der sonderlösungen zu hause das heißt kommen sie da gerne auf uns zu und lassen sie sich von uns beraten wir sagen immer gerne einmal gibt es den anzug von der stange aber natürlich auch den anzug als maßanzug wir haben diese experten auch physisch vor ort an der messe aber nicht nur als personen sondern auch noch in hardware also unsere schleift ohne haben wir dort hier können wir wie gesagt auch mühgenau spannen was an sich genau rund für diese messe passt ich freue mich auf ihre fragen im anschluss ansonsten sehen wir uns gerne auf der messe live und da kann man auf jedes thema noch eingehen vielen dank herzlichen dank morgenroth und als nächstes begrüße ich christoph kock manager business business area automotive und cto bei posa lux in biel in der schweiz guten morgen meine damen und herren ich bin nicht der cto das möchte ich jetzt noch mal sagen ich bin einfach nur zuständig für die automobilindustrie vertrieb und es ist heute mein vergnügen in posa lux vorzustellen und zu zeigen was wir für die grinding hub in petto haben dieses jahr wir sind in biel in der schweiz und sie wie sie wissen sprechen wir dort deutsch und französisch und die gegend ist auch für die uhrmacherei bekannt also die uhrenindustrie hatte dort ihren ursprung auch in unserer firma und heute haben wir mikro technologie für massenproduktion und unsere hauptmärkte sind europa asien und die usa wir fokussieren uns auf elektronik und automobilindustrie wir haben eine ganze reihe an neuen technologien und konventionellen maschinen also zum beispiel auch einspritzsysteme für die automobilindustrie und hier sind wir marktführer und dieser markt der verbrennungsmotoren ist weiterhin interessant für uns im elektronik markt haben wir maschinen für die für bedruckte leiterplatten und wir profitieren von synergien hier im markt und wir haben ein neues abenteuer begonnen indem wir maschinen herstellen die löcher bohren in elektrik elektrische leiterplatten für nadeln das heißt es sind nur zwei millimeter durchmesser oder 40 mikrometer und weniger und das ist tatsächlich eine herausforderung unser innovationsgeist und unsere leidenschaft für neue maschinen hilft uns dabei disruptive maschinen auf den markt zu bringen zum beispiel für lexalite und wir haben da auch eine hohe qualität fmo das sind ultra klein maschinen für ultra kleine und hochpräzise werkstücke sie sagen vielleicht es ist doch eine schleif technik messe was machen wir denn da dabei fdo erlaubt ihnen kontaktfreie bearbeitung zu machen ohne extra kräfte von außen einzuleiten es gibt überhaupt keine probleme auch keramik zu bearbeiten wenn sie über diese lösungen mehr erfahren möchten dann freuen wir uns sie in stuttgart in am stand e 75 begrüßen zu dürfen vielen dank herr koch jetzt begrüßen heiko zimmermann vertrieb deutschland bei der haas schleifmaschinen gmbh in trossingen ja liebe schleifbegeisterte mein name heiko zimmermann von der haas schleifmaschinen gmbh in trossingen ich möchte ihnen kurz mitteilen warum sie uns unbedingt in halle 10 während der grinding hat besuchen sollten wir würden gerne zwei weltpremieren mit ihnen zusammen feiern zum einen stellen wir der öffentlichkeit zum ersten mal unsere neue automations software lösung die hat multination software vor sie wird das zentrale integriert zwischen der schleifmaschine und der automation darstellen und gliedert auch die ganzen themen der vermessung der bauteile wie auch nachgelagerte prozesse oder hauptzeit parallele prozesse wie das reinigen und teils auch das verpacken ein wir zeigen die neue software zusammen mit einem pelletizer system dass es erlaubt auf 50 prozent weniger platzbedarf bis zu 20 paletten zu speichern was es was eine nie dagewesene autonomie zeit bedeutet in der abarbeitung das zweite highlight und die zweite weltpremiere die wir ihnen zeigen wollen das ist unsere neue haas multi grind radical maschine das ist ein absoluter game changer in der werkzeug schleifwelt dieses produktions wunder auf kleinstem raum wechselt die schleifscheiben innerhalb vier sekunden und erlaubt es ihnen rotationswerkzeuge sowie auch stechplatten und drehwerkzeuge und stempel auf einer maschine zu produzieren zum abschluss noch ein weiteres produkt was wir ihnen auf der messe zeigen möchten das ist die multi grind cb xl maschine unser universal genie frei skalierbar für die komplett bearbeitung von werkstücken mit einer länge bis zu 3200 mm länge durch unseren individuellen baukasten können sie die maschine konfigurieren nach ihren anforderungen hierbei können wir hochgehen bis 57 kw spindleistung individuelle tisch aufbauten und zusammen mit unserer horizon software können sie direkt vom 3d modell herunter programmieren und können schleiftechnologien individuell kombinieren so ist es möglich ein pendelhub oder schälschleifen genauso mit dem profil schleifen zu kombinieren wie klassische rundschleif weitere und schleife technologien das ganze immer gepaart mit werkzeugwechseltechnologie und abricht technik und in prozessmessung und das möchten wir ihnen gerne während der grinding hat zeigen und gerne dort auch im detail noch mal vorstellen wir freuen uns sie dort begrüßen zu dürfen bis dahin und vielen dank fürs zuhören herzlichen dank herzimmermann jetzt begrüßen wir walter graf senior project manager bei reißhauer ich bin walter graf und ich möchte ihnen ein bisschen mehr bereiten und ich möchte ihnen ein bisschen mehr Reisschauer erzählen und was wir auf der Grinding Hub Messe ausstellen werden. Reisschauer ist eine Schweizer Firma mit einer sehr langen Geschichte. Wir haben mit Handwerkzeugen angefangen und vor 75 Jahren haben wir angefangen, Schleifmaschinen zu bauen. Reisschauer hat zum Beispiel die Waldschleifmaschinen erfunden und seitdem immer weiterentwickelt. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas über unsere Philosophie erzählen. Unsere Maschinen stehen im Mittelpunkt unserer Kompetenz und stehen für unsere Marke. Wir haben viele Elemente an die Schleifmaschinen hinzugefügt. Zum Beispiel Automation, also Laden und Entladen, die ganze Palette an Werkzeugen, Diamantabrichtwerkzeuge, Kuhldüsen und so weiter. Und die werden alle bei uns in-house in der Schweiz hergestellt. Und zu diesem Kreis gehört auch Schleiftechnologieanwendungen. Und unser Kompetenzkreis wurde durch Argus erweitert. Das ist ein Überwachungssystem. Und damit komme ich jetzt direkt zur Grinding Hub Messe. Argus steht hier im Zentrum und damit zeigen wir unsere Erfahrungen. Und wir zeigen Ihnen, was wir meinen, wenn wir den Schleifprozess transparent machen möchten. Also Argus zeigt Ihnen, wie das aussieht und Sie können sich selbst davon überzeugen. Und natürlich gibt es da vier Technologietabellen mit Animationen. Dazu gehört zum Beispiel die Schleifscheiben, die Abrichtwerkzeuge, die ganzen Anwendungen, mechanische und hydraulische Lösungen. Also wenn Sie uns am Stand besuchen, dann können Sie davon ausgehen, dass wir freundlich empfangen werden von unseren sehr kompetenten Ingenieuren. Und die werden Ihnen dabei erzählen können, wie Sie Ihre Produktion weiter optimieren können. Also wir freuen uns darauf, Sie bei der Grinding Hub zu sehen. Bis bald. Vielen Dank, Herr Graf. Jetzt begrüßen wir Markus Bäumler, Sales Director Lasertech von DMG Mori in Leonberg. Vielen Dank für die Möglichkeit, die DMG Mori-Technologie der DMG-Mori-Technologie zu präsentieren. Vielen Dank. Ich bin Markus Bäumler, der Vertriebsdirektor at DMG Mori. Wir sind Marktführer für Werkzeugmaschinen. Wir werden in der Halle 7 sein, C10. Und jetzt möchte ich mal nochmal mit unserem neuen Lasertech 50 Positionen Maschine anfangen. Das ist die schnellste Maschine, die wir haben. Wir können Durchmesser von 350 Millimeter bearbeiten. Und mit Highspeed 2 können wir 210 Prozent schnellere Geschwindigkeit erreichen, bei 56 Prozent niedrigeren Kosten. Und natürlich sind die dann nicht nur pro Werkstück niedriger, sondern die Qualität wird auch höher. Darüber hinaus gibt es das Lasertech-Präzisionswerkzeug, um die Kantenbearbeitung zu optimieren. Und das Lasertech 50 Technician Tool wird noch durch die Automation PH50 unterstützt. Das ist unsere modernste Palettenautomatisierung von dem Mori und über 22 Werkstücke. Und die zweite Lasermaschine ist die Lasertech 20 Precision Tool. Das ist die Best in Class für Diamant-Werkzeugproduktion. Und Sie werden überzeugt sein von diesem tollen Konzept. Da gibt es Drehwerkzeuge und das funktioniert komplett automatisch ohne Eingriff von außen. Und die Vorteile sind niedrigste Kosten pro Werkzeug und kombiniert mit höchster Qualität. Darüber hinaus, also über die Lasertechnologie hinaus, werden wir auch noch Schleiftechnologie haben. Und da haben wir CWG6. Das ist die höchste Qualität für vertikales Schleifen und für einen Toppreis. Die CDG6 gibt es in drei Größen, 50 Millimeter Teile bis 100, ein Meter groß. Und dazu haben wir die Spindeln mit 180 Grad versatzt zueinander. Also eine für Außenschleifen, die andere für Innenschleifen. Und da gibt es auch sechs Stationen für Werkzeugwechsel. Damit kann die auch vollautomatisiert betrieben werden. Das ist die CDG6 mit einem automatischen Palettenwechsler. Also bitte kommen Sie und besuchen Sie uns. Halle 7, C10 und wir freuen uns auf Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank, Mr. Bäumler. Und ich übergebe das Wort an Martin Reichert von Blaser Swiss Loop in Haselrüxau in der Schweiz. Danke an alle, die in der Interessensrunde dabei sind. Mein Name ist Martin Reichert. Ich bin seit ungefähr 30 Jahren in der Schleifbranche tätig. Als Anwendungstechniker wie auch Optimierer. Für mich ist es in diesem Sinne eine Passion für Präzision. Heute für die Firma Blaser Swiss Loop im Verkauf und in der Anwendungstechnik tätig. Ein globales Unternehmen, welches sich heute in der dritten Generation befindet. Wir stellen hochwertige Wassermischbare wie auch nicht Wassermischbare Kühlschmischstoffe für die metallzerspannende Industrie seit ungefähr Größenordnung 60 Jahren erfolgreich her. Global sind wir ungefähr 600 Mitarbeiter, welche vor Ort bei Ihnen ihren Dienst tun. Wissen Sie, wieso der Kühlschmischstoff eine so große Hebelwirkung hat? Also eine Prozessstudie aus Frankreich, wie auch die tägliche Arbeit, welche wir feststellen, dass eigentlich der Kühlschmischstoff nur 0,5 Prozent der Prozesskosten ausmacht. Aber die Hebelwirkung, die ich mit einem Kühlschmischstoff habe, um die Fertigungskosten positiv zu beeinflussen, betragt ungefähr 95 Prozent. Und dies Bezug auf die Werkzeugstandzeit, Maschinenkapazität, wie auch die Maschinenverfügbarkeit. Am Hauptsitz in der Schweiz, in Hasle-Rürxau, in der Nähe von Bern, steht für Sie eines der größten und modernsten Forschungslabore und auch der Analytik für die Kühlschmischstoff in dieser Branche zur Verfügung. So wie auch ein modernes, ausgestattetes Technologiezentrum, in welchem diverse CNC-Maschinen vor Ort stehen, für die Bearbeitung mit definierter wie auch undefinierter Schneide, sprich Fräsen, Drehen, Bohren und Schleifen. Dies ist ein Service, den wir Ihnen in diesem Sinne anbieten, im Service in the Drums. Dies alles ist ein entscheidender, wie auch zentraler Erfolgsfaktor, wir dürfen auch sagen und stolz darauf sein, ein Alleinstellungsmerkmal, den Kühlschmischstoff für Sie in ein flüssiges Werkzeug zu verwandeln. Mein Appell diesbezüglich, ich freue mich, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Es lohnt sich allemal, sich mit erfahrenen Zerspannungstechnologen aus der Branche sich auszutauschen, um einen Mehrwert in den Fertigungsprozessen zu erzielen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, an der Grinding Hub auszustellen. In Halle 7, Stand 7C30. Ich freue mich auf Sie. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Reichert. Und als nächstes gebe ich das Wort an Paul Kössel von der United Grinding Group in Bern, in der Schweiz. So, schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Sie müssen bitte noch, jawohl, jetzt funktioniert es. Sie müssen bitte noch mein Video, meinen Bildschirm freigeben. Frau Beck, jetzt funktioniert es. Sehr gut. Sehr gut. Also, schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Mein Name ist Paul Kössel. Als Herr von Business Development und Marketing bin ich für die Messen bei der United Grinding Group verantwortlich. Das funktioniert das nicht? Die Grinding Hub, das können wir jetzt schon sagen, wird neben der Emo von der United Grinding Group die wichtigste Messe in Europa sein. Durch den alleinigen Fokus auf Schleiftechnologie werden die Gespräche für uns eine höhere Qualität haben als auf anderen Messen. Messen sind für uns nach wie vor die wichtigste Plattform unserer Kundschaft, unsere Angebote näher zu bringen. Daher freuen wir uns sehr auf die Grinding Hub. Neben einem Fokus auf Digitalisierung werden wir auf 1200 Quadratmeter Standfläche 15 Maschinen der Marken Blom, Megerle, Studer, Walter und Ewa präsentieren. Nach der Enthüllung auf der Emo Mailand im Oktober letzten Jahres wird Co. auf der Grinding Hub erstmals im deutschsprachigen Raum live präsentiert. Die moderne Hardware- und Softwarearchitektur, auf der Co. basiert, lässt ein neuartiges Maschineninteraktionskonzept zu. Co. beinhaltet allerdings noch weit mehr als eine revolutionäre Bedienung. Es eröffnet neue Möglichkeiten zur Vernetzung, zur Steuerung und zum Monitoring des Produktionsprozesses und damit zur Prozessoptimierung. Außerdem legt es den Grundstein für den Betrieb moderner IoT-Anwendungen und öffnet damit das Tor in die digitale Zukunft. Zu unserer Enthüllungsshow am ersten Messetag um 10 Uhr möchten wir Sie hiermit herzlich einladen. Neben Co. werden wir Weltneuheiten unserer Marken vorstellen, zu denen mit einer Ausnahme bis zum Zeitpunkt der Enthüllung keinerlei Details preisgegeben werden. Versuchen Sie dabei zu sein. Sie werden überrascht sein. Die einzige Neuheit, über die wir schon vorab sprechen, ist die Helitronik G200, die neueste Ergänzung des Werkzeugschleifmaschinenprogramms von Walter. Auf einer Stellfläche von weniger als 2,3 Quadratmeter bietet die Helitronik G200 kostengünstiges Werkzeugschleifen in seiner besten Form. Herstellung und Nachschaffen von Rotationssymmetrischen Werkzeugen mit oder ohne automatische Beladung. Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig machen und würde mich freuen, Sie am ersten Messetag um 10 Uhr auf unserem Stand in Halle 9 zu sehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kössel. Und als Nächsten begrüße ich Joachim Jeckel, Marketing und Communications bei Anker in Weinheim. Vielen Dank, Frau Becker. Bei Anker entwickeln wir Werkzeugschleifmaschinen und die Technologie da rum. Wir sind 1947 gegründet worden in Familienunternehmen und sind heute ein wichtiger Spieler im globalen Markt. Wir haben ungefähr 1.000 Mitarbeiter und mehr als 2.500 Kunden weltweit. Das ist so besonders an uns, 95 Prozent unserer Teile werden in Eigen gefertigt. Wir bauen also nicht nur die Maschinen, sondern auch unsere eigenen Automatisierungsteile. Wir entwickeln unsere eigene Software für die Maschinen und machen auch unsere Steuerungs- und Regelungstechnik selbst. Selbst die Gehäuse der Maschinen entwickeln wir selbst und stellen sie selbst her. Wir glauben, dass wir durch Innovationen gewachsen sind und wir lieben Innovationen. Wir stellen diese Innovationen immer bei den Messen vor. Wir freuen uns so sehr auf die Grinding Hub, nicht nur aufgrund des tollen Messegeländes in Stuttgart, denn wir glauben auch einfach, es ist eine großartige Plattform und es ist auf dreiartige Weise einzigartig. Der größte Stand von Anker, den wir jeweils hergestellt haben, wir werden mehr Innovationen zeigen am Stand und wir werden auch komplett neue Messekonzepte haben, damit unsere kundenfokussierte Philosophie umgesetzt werden kann. Wir möchten Sie gerne willkommen heißen an unserem Stand. Wir haben die CBX-Maschine, die wir vorstellen. Das ist eine Premiere. Wir haben in Prozess basierte Messungen und RFID-Technologie. unser Highlight bei den Ausstellungsstücken ist eine vollautomatisierte Fertigungszelle. Die Automatisierung soll also jedem Kunden zugänglich sein und auch jedem Bereich in der Produktion. Wir haben roboterbasiertes Laser markieren. Auch das wird durch Anker produziert und das größere Automatisierungskonzept in der Zelle wird auch mit einem kleineren wiedergespiegelt für ganz kleine Maschinen, Fingerwerkzeuge. Das können Sie bei unserem SX7 sehen. Da zeigen wir ganz genau, wie wir mit dieser ID-Technologie arbeiten. Und außerdem haben wir noch die MX7. Das ist für die Schneidplattenfertigung eine Komplettlösung, sehr effektiv. Und unsere tollste Maschine sozusagen, die auch führt zur E-Mobilität. Wichtig ist es, die CBX. Da geht es um Vierweltschale-Werkzeuge mit einem Rüst-Setup sozusagen fertigen. Und das ist ein Highlight, was die Komplexität der Messungen anbelangt. Mein persönliches Highlight wird wahrscheinlich das Werkzeug des Jahres, dieser Wettbewerb, den werden wir wahrscheinlich zum fünften Mal gewinnen. Ich bin mir sicher, dass wir zum fünften Mal daran teilnehmen. Und wir werden sehr viele tolle weltweit Teilnehmer sehen können. Und im September wird dann nicht bei der AMB, aber bei der IMBS dargestellt werden. Wir freuen uns wirklich sehr auf die Messe. Es wurde sehr viel Arbeit schon reingesteckt. Und wir freuen uns auf jeden, den wir treffen an unserem Stand in Halle 10C51. Vielen Dank, Herr Jeckel. Als nächstes begrüßen wir Herrn Dr. Markus Westermeyer von der Firma Spanflug in München. Gut. Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Markus Westermeyer. Ich bin ein Begründer und Geschäftsführer von Spanflug und bin wahrscheinlich ein Ausreißer in dieser Runde. Ich darf Ihnen nämlich an dieser Stelle ein Software-Thema vorstellen. Und zwar möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit intelligenten Algorithmen von Spanflug eine resiliente Lieferkette für Fertigungsteile aufbauen können. In den letzten Jahren, das, glaube ich, braucht man heute nicht mehr zu betonen, waren sehr turbulent für die Industrie. Mehrzahlen des VDMA und VDW belegen eine extrem volatile Marktentwicklung in den letzten zwei Jahren. Die Beschaffung ist dabei zu einer der größten Herausforderungen geworden. 70 Prozent der Unternehmen im Maschinenbau beklagen Lieferengpässe. Und das schon vor dem Ukraine-Krieg. Ich hoffe, Sie können auch meinen Bildschirm sehen. Es ist wieder weg, Sie müssen es neu starten, einmal bitte. Okay, vielen Dank für Ihren Hinweis. So, jetzt. Und die Beschaffung von individuellen Fertigungsteilen verursacht dabei besonders hohe Aufwände. Hier ein plakatives Beispiel. Diese Schachtelschrauben auf der linken Seite, die kann relativ einfach mit einem Online-Katalog bestellt werden. Das Fertigungsteil auf der rechten Seite wird mit Sicherheit ein Hin und Her zwischen Einkäufern und Fertigern verursachen. Es wird Tage dauern, bis der Einkäufer diesen Beschaffungsvorgang vom Tisch hat. Fertigungsteile verursachen im Schnitt zehnmal mehr Aufwand als Katalogartikel. Wir bei Spanfuchs sind überzeugt, das geht besser. Unser Algorithmus analysiert CAD-Modelle und technische Zeichnungen. Und das in wenigen Augenblicken. Spanflug berechnet vollkommen automatisiert den Fertigungsablauf und die Fertigungskosten. Unsere Kunden erhalten so sofort Angebotspreise und Lieferzeiten und könnten selbst komplette Fertigungsteile mit wenigen Klicks bestellen. Aber das ist lange nicht alles. Unser Ziel ist es, die effizienteste Interaktion zwischen Kunden und Lieferanten zu ermöglichen. Die effizienteste Interaktion zwischen Kunden und unserem Fertigungsnetzwerk aus aktuell über 4000 Maschinen. Und hierzu haben wir eine intelligente Fertigungsplattform aufgebaut. Auf Basis unserer Technologien zur Bauteilanalyse und zur Preis- und Lieferzeitberechnung. Durch die Integration in Kunden- und Lieferantenseitige digitale Beschaffungssysteme ermöglicht Spanflug einen vollständig digitalen Beschaffungsprozess. Wir bauen digitale Zwillinge der Fertigungsressourcen in unserem Netzwerk. Und damit können wir für jeden Auftrag individuell den idealen Fertiger und die Wirtschaftsliste der Maschine identifizieren. Wir arbeiten mit Echtzeitinformationen von Metall- und Kunststoffhändlern, sodass sehr genaue Preis- und Lieferzeitaussagen möglich sind. Und mit unserer Plattformtechnologie arbeiten wir daran, ganze Lieferketten zeit- und kostenoptimal zu organisieren. Falls Störungen auftreten, können wir schon jetzt alternative Lösungen finden. Mit Spanflug senden Sie den Beschaffungsaufwand und bis zu 90%. Der Beschaffungsprozess wird von mehreren Tagen auf wenige Minuten reduziert. Sie greifen auf sichere Lieferketten mit sehr hoher Liefertermintreue zu. Und wir bieten Ihnen einen durchgängigen digitalen Prozess für Drehteile, für Frästeile und ab der Grinding Hub auch für Schleifteile. Mehr als 2000 Kunden vertrauen bereits auf Spanflug. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Westermeyer. Und jetzt begrüße ich Ingo Wolf, Leiter Marketing-Service von der Firma Vollmer in Wiberach. Hallo, danke, Frau Becker. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich im Namen der Vollmer-Gruppe. Mein Name ist Ingo Wolf, ich bin Marketingleiter bei Vollmer und zu Hause sind wir in Deutschland, im schwäbischen Wiberach. Als Maschinenbauer dreht sich bei uns seit mehr als 111 Jahren alles um die Kunst des Schärfens. Angefangen hat alles mit der Säge, mit Schärfmaschinen für Band- und Kreissägen. Aber seit vielen Jahren gehört auch die Bearbeitung von Rotationswerkzeugen zu unserem Maschinenportfolio. Egal ob unsere Kunden Bohrer, Fräser oder Kreissägen aus PKD, Hartmetall oder auch aus anderen ultraharten Werkstoffen herstellen, wir haben die passende Technologie dafür. Vom Schleifen über das Erodieren bis hin zur Laserbearbeitung. Wir bieten alles. Flankiert mit unseren digitalen, aber auch klassischen Services sind wir damit quasi der Fullliner in Sachenschärfe. Auf die Grinding Hub freuen wir uns besonders, weil nach einer gefühlten zweijährigen Messe-Durchstrecke nun endlich auch wieder Live-Treffen, Live-Messen möglich sind. Wir sind voller Euphorie mit tollen Innovationen und ganz vielen tollen Projekten, auch im Messegepäck, die wir der Welt zeigen wollen. Und unser Messe-Motto lautet daher 2022, wir starten durch. Unsere Kampagne ruht dabei auf fünf Säulen, beziehungsweise fünf Schlagworten. Schärfer, smarter, sauberer, sozialer und stärker. Schärfer machen unsere Maschinen. Wir werden auf der Grinding Hub gleich fünf Weltpremieren haben. Aus unserer V-Grind-Produktreihe zum Schleifen von Rotationswerkzeugen wird es gleich drei neue Modelle geben. Aber auch bei der Bearbeitung von Kreissägen für die Flanke und die Span- und Freifläche werden wir zwei neue Maschineneuheiten in den Startlöchern haben. Aber auch bewährte Lösungen aus dem Bereich des Erodierens, aus dem Bereich der Laserbearbeitung, werden mit von der Partie sein. Smarter sind Vollmoor-Technologien dank digitaler Services. Wir bieten Lösungen, um Maschinen smarter zu machen oder um Services wie Wartungen und Schulungen auch webbasiert anzubieten. Auf der Grinding Hub werden wir erstmals unser neues Kundenportal vorstellen, das unseren Kunden quasi das Online-Tour zu digitalen Maschinendaten, digitalen Informationen oder auch zu einem neuen Web-Ersatzteilshop öffnet. Sauberer soll unsere Umwelt werden. Das grüne Vollmoor-V hier steht für energieeffiziente Technologien, für Einsparungen von Ressourcen sowie nachhaltiges Handeln insgesamt. Und dazu zählen für uns auch langfristige Beziehungen mit Kunden, Partnern und der Belegschaft, aber auch eine nachhaltige Unternehmenskultur. Sozialer bedeutet für uns nicht nur über Social-Media-Kanäle den Austausch mit Partnern zu pflegen, sondern auch über persönliche Kontakte bei echten Begegnungen, wie hoffentlich bald auf der Grinding Hub. Stärker machen uns Events wie die Grinding Hub und zudem stärken wir auch mit innovativen Produkten unsere weltweite Technologieführerschaft. Aber last but not least, ein hochqualifiziertes Team, wie ich auf diesem Bild aus 800 Mitarbeitenden, macht Vollmoor wirklich Tag für Tag noch stärker. Mein letztes Schild, das ist hier diese Maske. Ich hoffe, wir brauchen Sie im Mai nicht, aber auch mit oder ohne Maske. Wir freuen uns, Sie bei uns auf dem Stand begrüßen zu dürfen. Sie finden Vollmer in Halle 7 am Messestand 7C50. Ich hoffe, wir sehen uns dort alle. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald in Stuttgart. Ja, herzlichen Dank, Herr Wolf. Und Herr Röders hat signalisiert, dass es jetzt funktioniert. Deswegen gebe ich das Wort sehr gerne nochmal an Jürgen Röders von der Firma Röders in Soltau. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Ja, perfekt. Röders ist Ihnen, denke ich, bekannt als Hersteller von präzisen Fräs und zunehmend auch Schleifmaschinen. Das Besondere von Röders ist, dass wir nicht nur die Konstruktion selber entwickeln, sondern insbesondere auch eigene Steuerungs- und Regelungstechnik einsetzen, die wir vorwiegend mit dem Ziel auf höchstmögliche Präzision hin optimieren. Das hat dazu geführt, dass wir vor ungefähr schon 20 Jahren erkannt haben, dass das Fräsen als Prozess eben unsere Genauigkeit in den Maschinen begrenzt und wir als einer der ersten angefangen haben, auch Schleifen in die Maschinen zu integrieren und die Verfahren Fräsen und Schleifen inzwischen sehr erfolgreich kombinieren. Zunächst Koordinatenschleifen, aber zunehmend auch Vertikal- oder Profilschleifen. So erreichen wir heute Genauigkeiten, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, bei Rundschleifen im Bereich 0,5 Mikrometer. Die Kunden können somit die Steifigkeit der Fräsmaschine kombinieren mit der hohen Präzision, die durch unsere Technik ermöglicht wird und damit ganz erhebliche Einsparungen realisieren. Bisher hatten wir Maschinen im Programm von 400 Millimeter bis 1400 und wir stellen jetzt erstmals auf der Greining-Hub eine Maschine vor, die 2 Meter mal 1,80 Meter verfahrbig in XY hat, also eine sogenannte, wie wir es nennen, XXL-Koordinatenschleifmaschine, was es bisher sowohl noch nicht gab, mit der sie hochgenau Stichmaße unter 5 Mikrometer im gesamten Verfahrenbereich, aber auch Rundheiten im Bereich 1 bis 2 Mikrometer verlässlich realisieren können. Das ist möglich aufgrund des besonderen Temperaturmanagements im Gestell, aber auch bei den ganzen inneren Werbequellen. Und das zielt auf Anwendungen wie Folgeverbundwerkzeuge, große oder auch Spritzgusswerkzeuge mit kleinen Radien, wo sehr genau gefertigt werden müssen, oder auch Maschinenbauteile. Das ist nicht die einzige Neuheit, die wir zeigen werden. Wir werden darüber hinaus ein besser verbessertes Körperschallantasten zeigen, wo wir inzwischen Antastgenauigkeiten auch bei sehr kleinen Schleifwerkzeugen unter 1 Mikrometer erreichen, also im Sub-Mikrometer-Bereich. Und wir werden Werkzeugwechsler vorstellen, die große Schleifscheiben automatisieren einen Wechsel mit gerichteten Kühlmitteldüsen. Das ist nicht unbedingt etwas Neues für die Schleiftechnologie, aber es ist Neues für große Fräsmaschinen, dass man so etwas auch automatisiert mit großen Kühlmittelmengen einwechseln kann. Das ganz kurz von Röders. Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig neugierig gemacht und würde mich über weitergehende Fragen natürlich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Röders. Damit sind wir am Ende unserer Elevator-Pitches. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Referenten, die heute mit dabei waren und uns so einen vielfältigen Überblick über das gegeben haben, was uns auf der Grinding Hub erwartet. Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen aus den Medien werden eine Fülle von Anhaltspunkten für ihre Vorberichterstattung bekommen haben und eine erste Möglichkeit, dieses zu vertiefen, bieten wir jetzt mit den sogenannten Breakout-Rooms, die in unserem Tool Zoom zur Verfügung gestellt werden. Sie sehen diese Breakout-Rooms auf Ihrem Bildschirm und können dort eintreten, um sich bilateral mit den Vertretern Vertretern der verschiedenen Firmen zu treffen, Fragen zu stellen, Themen zu klären, gegebenenfalls sich auch noch weiterhin zu verabreden. Und ich würde jetzt einfach dieses bilaterale Matchmaking freigeben. Es kommt auf Ihre Initiative an, nutzen Sie das und treten Sie mit den Referenten in Kontakt. Ansonsten natürlich spätestens auf der Grinding Hub im Mai. Aber jetzt würden wir erst die Breakout-Rooms freigeben. Wir sehen uns dann im Nachgang noch für eine offizielle Verabschiedung. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Teilnahme, sowohl von Seiten der Medien als auch von Seiten der Aussteller. Ich darf vielleicht noch darauf aufmerksam machen, dass wir die Pressemappe ab heute Nachmittag zur Verfügung stellen. Sie bekommen einen Link, wo Sie alle Unterlagen runterladen können. Außerdem ist die Gesamtveranstaltung aufgezeichnet worden und auch sie steht im Nachgang zur Verfügung, um sich die verschiedenen Highlights gerne noch einmal anzuschauen. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns sehr, Sie dann im Mai in Stuttgart begrüßen zu können. Wir sind schon da und wir freuen uns, wenn Sie dann auch dabei sind. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.